Und ich würde einfach mal entsprechend rein starten, beziehungsweise noch ganz kurz zu mir zwei Takte. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Bast, wurde ja schon ein paar Mal entsprechend erwähnt. Ich bin Consultant bzw. IT-Architekt, einfach als Freelancer für die Themen VMware bzw. Storage-Technologien im Bereich NetApp und gleichzeitig auch VMware-Certified-Instructor für die Fastlane eben im Bereich VMware für die Themen vSphere, vSAN und NSX. Und was wir einfach diese nächsten insgesamt 120 Minuten, die wir offiziell haben, mal gucken, wie wir landen werden und uns anschauen wollen, ist, was hat sich denn im Bereich NSX getan? Was hat VMware wirklich mit NSX 4 und den nachfolgenden Releases entsprechend an neuen Features, an Verbesserungen eingebracht, um das einfach besser kennen zu lernen und generell nochmal das Thema Netzwerk-Virtualisierung insgesamt in den Fokus zu rücken. Die Agenda letztendlich, oder die Roadmap, die wir verfolgen werden, war ja vor Abspann auch mit auf der Homepage zu sehen. Wie gesagt, ist ein ziemlich vollgepacktes Package, das wir vor uns haben. Ich werde versuchen, zum einen die Zeit nicht zu sprengen, wobei es bei Webinaren ja immer so ist, der Foliensatz ist letztendlich final neu entstanden, bedeutet, wie wir genau zeitlich landen werden, ist mir schwer vorauszusagen. Aber ich gebe mir alle Mühe, nicht unsere allgemein verdiente Mittagspause zu crashen und werde gleichzeitig aber auch wirklich diesen Foliensatz nur als wirklich Leitfaden verwenden. Es wird immer wieder mal passieren, dass ich wirklich mal in den Webbrowser springe, irgendwas zeige in der Dokumentation, oder dass wir vielleicht auch uns ein paar andere Informationsquellen noch anschauen im Internet bezüglich NSX. Das heißt hier nicht wundern, ich werde auch versuchen, diese Übergänge nicht zu oft zu machen, weil ich weiß, dass es zum Zuschauen bzw. zum Aufpassen ein bisschen anstrengend ist, aber einfach nur als Vorwarnung, wenn man so möchte, dass ich hier einfach wirklich den Foliensatz natürlich als Hauptleitfaden nehme, aber wie auch darüber hinaus immer so ein bisschen die Medien bzw. Informationsquellen wechseln werden. Bevor ich jetzt starte, noch ein letzter Hinweis. Es gibt eine eigene Q&A, einen eigenen Q&A-Slot, der vorgesehen ist, ganz am Schluss. Grundsätzlich natürlich gerne die Fragen spätestens darstellen. Ich bin aber der Typ Trainer, der im Zweifelsfall auch gerne Fragen unter dem Vortrag entsprechend immer wieder gerne reinnimmt. Das heißt, wenn es wirklich im Rahmen einer Folie oder einer Information, die wir gerade diskutieren, irgendwo Rückfragen gibt, im Zweifelsfall wirklich gerne einfach das Mikro aufmachen, mich unterbrechen, die kurze Frage stellen oder gerne den Chat verwenden. Ich werde gucken, dass ich immer wieder mal den Blick auf den Chat werfe, wobei das mit WebEx im Vollbild ein bisschen schwierig ist. Ansonsten, falls ich eine Frage übersehen sollte während des Vortrags, bitte nicht böse sehen, das ist auch nicht böse gemeint, werde ich spätestens dann der Q&A mit dem Slot entsprechend aufgreifen. Ansonsten, wie gesagt, das Angebot einfach gerne auch notfalls Mikro auf, Frage direkt stellen, habe ich gar kein Problem damit. Ansonsten, wenn wir die Agenda noch mal ganz kurz durchgehen, wie werden wir uns rantasten? Wir werden noch mal beginnen, was ist Netzwerk-Vertualisierung insgesamt? Ich möchte einfach hier noch alle irgendwo abholen, für die das Thema eventuell neu ist. Für alle, die das Grundkonzept der Netzwerk-Vertualisierung bereits kennen, wird hier natürlich jetzt nicht viel Neues dabei sein, aber einfach um so ein Level-Set zu haben, den wir alle gemeinsam entsprechend dann als Ausgangslage nehmen. Und dann hangeln wir uns entsprechend wirklich spezifisch durch. Bedeutet, wir werfen einen Blick auf NSX4. Was hat sich hier entsprechend alles getan? Was den halt das Portfolio eigentlich? Denn auch hier muss man ganz klar sagen, NSX allein ist nicht dieser große Kasten und das letztendlich ist nur Netzwerk-Vertualisierung, sondern VMware hat wirklich aus diesem Produkt bzw. dieser Familie inzwischen ganz viele Aspekte ausgeprägt in verschiedensten Varianten, die wir uns einmal anschauen wollen. Gehen zwei Takte auch auf die Lizenzierung ein und gehen dann Step by Step weiter über die Architektur, in das Zusammenspiel von NSX mit vCV Tenzu und nochmal dann explizit in Punkte Security auf Firewalling und Advanced Security Services in Form der NSX-Application-Plattform. Starten wir durch mit erstmal dem Big Picture. Das heißt, was ist Netzwerk-Vertualisierung überhaupt? Warum sollte mich das überhaupt interessieren? Warum könnte das interessant für mich sein? Wir wollen also erstmal zum Start drei zentrale Fragen irgendwie für uns selbst klären. Was ist Netzwerk-Vertualisierung überhaupt? Oder Software-Defined Networking? Wie funktioniert es grundlegend? Und warum kann das für mich oder mein Unternehmen überhaupt interessant sein? Weil, sind wir uns ehrlich, eine Technologie ist super. Wir sind alle im Zweifelsfall-Technik-affin, sind auch definitiv immer absolut darauf bedacht, die Trends am Markt irgendwo auch wirklich mit selbst zu betrachten. Aber am Schluss ist es ja für mich eine Entscheidung, macht es in meiner Konstellation, in meinem Unternehmen Sinn? Und wenn ja, was für Mehrwerte habe ich? Darum geht es am Schluss. Ich möchte Mehrwerte generieren für mich selbst und für mein Unternehmen und für das Business insgesamt. Und wenn wir grundsätzlich zum Einstieg mal klären wollen, was ist Netzwerk-Vertualisierung so ganz allgemein, dann haben wir hier eigentlich schon eine recht gute Übersichtszeichnung bzw. einen Vergleich. Nämlich, wir kennen das Grundkonzept der Virtualisierung ja bereits aus dem Computermfeld mit WSphere, was uns ja schon seit Jahren begleitet, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen entsprechend eine x86-Hardware, packen hier entsprechende Virtualisierungsschicht drauf in Form von einem Server-Hypervisor, wie SXI zum Beispiel. Und durch diesen Hypervisor haben wir eine Entkoppelung zwischen Hardware und den Workloads, die wir betreiben. Heißt also, wir sind Hardware-unabhängig geworden und haben die Möglichkeit, unsere Workloads mobil über die verschiedenen Hosts, über die verschiedenen Hardware-Plattformen hinweg zu bewegen. Und genau die gleiche Idee, genau das gleiche Konzept wollen wir eigentlich in der Netzwerk-Vertualisierung verfolgen. Nämlich zu sagen, okay, ich habe als Unterbau in irgendeiner Form einen IP-Transport, also letztendlich eine IP-Fabrik auf Basis meiner Switche und verschiedenen Layers, die ich habe, entsprechend Distribution, Layer, Core-Layer, etc. Und ich setze hier aber auch jetzt wirklich dazwischen eine Virtualisierungsplattform, um die Workloads, die ich betreiben möchte, hier oben, eigentlich von dem physischen Aufbau meines Netzwerks unabhängig zu machen. Und genau das ist das, was NSX grundsätzlich für uns tut. Wir haben die Möglichkeit, die Bildung von Overlay-Netzwerken, wo die wir jetzt dann noch näher sprechen werden, unabhängig von meiner unterliegenden Layer-2, Layer-3-Infrastruktur, eine komplett eigene Netzwerk-Infrastruktur, eine komplett eigene Netzwerk-Domäne zu bauen, ohne dass ich davon in irgendeiner Form abhängig bin, was denn unterliegend bereits konfiguriert ist an VLANs, an Layer-2 oder Layer-3-Konfiguration. Wenn man jetzt generell wahrscheinlich zehn Leute fragt, was ist Netzwerk-Virtualisierung, wird jeder vermutlich verschiedene Antworten geben. Ich glaube, es gibt jetzt keine per se grundsätzliche Antwort auf die Definition, was ist Netzwerk-Virtualisierung. Ich habe es mal versucht, in diese fünf Aspekte so ein bisschen aufzugliedern, die, glaube ich, in meiner persönlichen Sicht so mal die Grundlagen oder die Grundidee die Netzwerk-Virtualisierung beschreiben. Zum einen ist es ganz klar, das habe ich gerade auch schon ein bisschen angeteasert eigentlich, nämlich die Verlagerung von Netzwerk-Services von Physik in Software. Also meine Netzwerk-Dienste sind plötzlich vor allem softwarebasiert und ich habe immer, wenn ich Software habe, habe ich plötzlich eine neue Form der Flexibilität erreicht, weil ich dadurch auch jetzt, werden wir uns später auch anschauen, spätestens im Bereich für VisiVirtensu API-basiert, also automatisiert eine Möglichkeit habe, mein Netzwerk umzugestalten, umzukonfigurieren, zu erweitern, ohne dass ich dafür direkt ins Rechenzentrum rennen muss, ohne um Switches zu verbauen, um VLANs zu konfigurieren, um irgendwie Routing-Instanzen neu aufzusetzen, sondern ich kann das alles wirklich softwarebasiert aus einem Guss über APIs, die mir Netzwerk-Hypervisor bietet. Zweiter Ansatz, und ich meine, auch hier hat NSX über die letzten Jahre wirklich extrem zugelegt, ist wirklich der ganze Fokus auf das Thema Security. Wir sprechen ja immer momentan im Security-Umfeld von diesem, ja, Buzzword fast schon Intrinsic Security, das ist intrinsische Sicherheit, also nicht mehr die Idee, wie kann ich denn Applikationen von außen immer besser abschotten, sondern wie kann ich eigentlich den Fokus verlagern, nämlich wie kann ich meine Applikationen von innen betrachtet nach außen hin immer besser abschotten. Also die Applikationen, der Workload im Zentrum, und hier zu überlegen, welche Möglichkeiten, welche Werkzeuge habe ich an der Hand, um die Applikationen aus Sicherheit zu verändern. Und ich habe hier irgendwo im Netzwerk eine zentrale Fire wollen, von der aus versuche ich alles irgendwie zu managen. Dritter Punkt, und das geht eben schon wirklich relativ stark auch in das ganze Thema Automatisierung, in das Thema vielleicht auch schon Containerisierung mit Tansu, dass ich also eigentlich mein Netzwerk eben auf Basis von Infrastructure as Code definieren kann. Das bedeutet also, meine gesamte Beschreibung, wie mein Netzwerk aussieht, oh, es gab eine Nachricht, es gab einen Ausfall, einen Moment, dann möchte ich das kurz aufgreifen. Dann spiele ich das Sharing kurz. Es gab kurz einen Ausfall, habe ich gelesen. Aber jetzt hörte ich mich wieder, oder? Ist es okay, ich verbinde mal abgehakt. Danke für den Hinweis. Ist es jetzt wieder okay? Ich kann kurz jemand nur bestätigen in irgendeiner Form, dass jetzt die Verbindung wieder okay ist. Ich wieder im besten Fall gehört und gesehen werden kann. Okay, dankeschön. Ich mache es mal so, ich stoppe mal das Video während der Präsentation. Vielleicht ist es einfach too much an der Stelle. Okay, aber danke für den Hinweis. Gerne immer reingrätschen, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich erzähle und Sie hören alle nichts oder sehen nichts im schlimmsten Fall. Genau, heißt also, wir waren beim Thema Infrastructure as Code. Das heißt, ich definiere mein Netzwerk in Zukunft sehr stark code-basiert. Wie wir es bereits aus anderen Bereichen kennen. Das ganze Thema der Kontonisierung, wo Sie vielleicht auch gerade an vielen Stellen vor dem Fuß gefasst haben oder eigentlich selber vielleicht einfach eigene Fachabteilungen haben, die diesen Ansatz bereits leben. Genau dieses Konzept kann ich natürlich auch ins Netzwerk denken. Dass ich sage, okay, mein Netzwerk selbst besteht eigentlich aus verschiedenen code-basierten Manifests und die kann ich jederzeit wieder an einer anderen Stelle, vielleicht auch wirklich in einer anderen Cloud in irgendeiner Form anwenden und mein Netzwerk dadurch entsprechend rekonstruieren oder tue mich sehr, sehr leicht, wenn ich Anpassungen vornehmen möchte. Nächster Punkt ist das Thema Micro-Segmentation. Also auch wieder Security-Sicht zu sagen, okay, ich möchte eigentlich meine Workloads maximal von da abschotten. Ich vertraue niemandem und ich schaue mir einfach an, was ist denn der wirklich effektiv notwendige Traffic zwischen verschiedenen Workload-Instanzen und nur den lasse ich überhaupt noch zu. Das geht die Richtung auf Zero Trust, wo wir uns auch später noch unterhalten werden im Security-Umfeld. Wo ich also überlege, wie kann ich es denn schaffen, meine Workloads eigentlich komplett zu isolieren und nur noch den Traffic, den Verkehr zu erlauben, der notwendig ist, um den eigentlichen Dienst zu erbringen. Und dann last but not least und natürlich hier letztendlich kann man jetzt, glaube ich, in alle Richtungen diskutieren. Netzwerkvirtualisierung ist auch eine Brücke für X-Cloud-Szenarien. Also X steht für eine Variable im Sinne von Public Cloud, Private Cloud, Hybrid, was auch immer. Egal in welche Richtung ich denke oder meine Infrastruktur ausrichte oder meine Strategie ausrichte, ich habe doch Netzwerkvirtualisierung plötzlich ein Werkzeug an der Hand, das es mir sehr, sehr einfach macht, wirklich mein Netzwerk, in andere Rechenzentren, in andere Clouds zu bringen. Da ich eben die Hardwareunabhängigkeit geschaffen habe und softwarebasiert meine Netze eben auch in einem Cloud-Provider meiner Wahl, je nachdem, entsprechend einfach auch mit platzieren beziehungsweise die bis dahin strecken kann. Das sind aber die Grundaspekte, was Netzwerkvirtualisierung an Funktionen oder an Motivationen bebringen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, was Netzwerkvirtualisierung denn technisch bedeutet. Ganz grundlegend und das ist natürlich jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber kann man definitiv sagen, Netzwerkvirtualisierung lebt vom Konzept der Kapselung, der sogenannten Encapsulation. Ich kann mir also vorstellen, ich nehme ein Ethernet-Frame, wie er ist, und packe den in einen anderen. Und das genau passiert am Schluss. Ich nehme ja letztendlich eigentlich ein Paket und packe es in ein anderes. Und das ist genau das, was eigentlich den Charme mitbringt, denn wenn ich plötzlich eigentlich mein Originalpaket in ein anderes verpacken kann, dann ist eigentlich das äußere Paket nur noch eigentlich das Transportschiff, was dafür sorgt, dass der eigentlich Inhalt der Payload, mein inner Ethernet-Frame, dahin kommt, wo er hin soll. Und genau diese Funktionalität bieten uns die verschiedenen Kapselungs- und Encapsulation-Protokolle, wie zum Beispiel VXLAN oder Geneve. Früher letztendlich, weil ich noch gar nicht so lange her, basierte NSX wirklich vom Tunneling-Protokoll auf VXLAN, innerhalb von NSX 4 und weiter, beziehungsweise hat es schon in NSX-T stattgefunden, haben wir die Umstellung auf Geneve, auf das Generated Networking Encapsulation, Virtualization Extension-Protokoll. Und was ich damit tun kann, ist eigentlich, naja, ich kann jetzt Netzwerke bauen, die unabhängig sind vom unterliegenden Aufbau. Heißt also, ich habe unten eine Layer 3 Fabric, oder Layer 2 und Layer 3, das heißt, ich habe eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Instanzen, die in der Netzwerketellisierung teilnehmen, was für Instanzen das genau sind, werden wir gleich noch kennenlernen. Und die machen es mir möglich, durch sogenannte Tunnel-Interfaces, eben entsprechend jetzt Verkehr, der eigentlich komplett IP-seitig, komplett anders formuliert oder komplett anders adressiert ist, als die unterliegenden Tunnel-Interfaces hier, das entsprechend einfach zu übertragen und die eigentliche Wahrheit der Netze, was zumindest die Kommunikationspartner angeht, findet dann im Hypervisor, beziehungsweise oben im Overlay statt. Sehen wir nachher aber gleich noch genauer, was das bedeutet. Was soll ich hier einfach mitnehmen? Netzwerketellisierung, das ist vollkommen egal, ob wir über NSX oder ACI oder Contrail oder so immer sprechen, am Ende des Tages basieren alle immer auf dem gleichen Grundprinzip, nämlich der Encapsulation, also der Verpackung von Paketen in ein weiteres Paket. Das ist auch übrigens der Grund, warum wir bei der Verbindung von Netzwerketellisierung auch die MTU-Size erhöhen müssen, auch mindestens im Fall von NSX 1600 Byte, weil durch diese Encapsulierung natürlich Metadaten entstehen, die mit Platz haben müssen im Frame. Und das letztendlich resultiert dann in einer Vergrößerung des Isolate Frames, des MTU-Size. Genau, hier letztendlich nochmal ein genauerer Blick auf das Genief-Protokoll. Ich möchte es nicht großartig stressen, nur einfach, damit man Gefühle dafür bekommt, wie sieht Genief an und für sich auf. Interessant ist eben vor allem die Tatsache, dass Genief sehr, sehr variabel ist, da wir letztendlich hier die Möglichkeit haben, variable Felder einzufügen. Das heißt, Genief selber hat sich aus dem Grund gegenüber VX-Laden durchgesetzt, zumindest im VMware-Umfeld, weil es das zukunftsrechtliche Protokoll dahingehend ist, dass es leichter erweiterbar ist, da letztendlich der NBI-IPv6 den Header einfach dynamisch erweitern kann, um zukünftige Funktionen, die eventuell notwendig sind. Relevant für uns vor allem im NSX-Umfeld ist eigentlich hier, das Feld hier oben, der sogenannte VNi, der Virtual Network Identifier, das ist letztendlich der Identifier, der ein virtuelles Netz, ein Oberlin-Netzwerk, eindeutig identifiziert. Kann man also, wenn man möchte, so ein bisschen, und es ist zwar sehr weit gestreckt, die Erklärung, aber kann man sich vorstellen, naja, wie das VLAN-Tag, letztendlich nur im Oberlin-Netzwerk. Also das ist der Identifier, der klar macht, zu welchem Netzwerk gehört denn entsprechend, zu welchem virtuellen Netzwerk, zu welchem Oberlin gehört entsprechend ein Paket oder der Payload, der entsprechend hier in Genief transportiert wird. Heißt also, wenn wir jetzt nochmal das Ganze grafisch anschauen wollen, das, was ich gerade versucht habe, so auf Tonspur in irgendeiner Form darzustellen, sehen wir hier nochmal grafisch. Ich habe also die Möglichkeit, hier entsprechend jetzt einen Verkehr möglich zu machen, zwischen zwei Workloads, zwei virtuellen Maschinen, die sich im Netzwerk befinden, bei 726, 1011 und 1013. Das ist das Segment, in dem sie beide Teilnehmer sind. Unterliegend betrachtet, die eigentlichen Transport-Nodes, SXI in dem Fall KVM, wobei, da komme ich noch dazu, KVM inzwischen nicht mehr relevant ist, die letztendlich haben einen Tunnel-Interface, also die sind in der physischen Fabrik, in meinem physischen Netzwerk, eigentlich adressiert mit nur 72, 20, 10, 151 und 154. Heißt also, was passiert ist, ich transportiere Ethernet-Frames, die letztendlich, wenn man es auf Layer 3, auf IP-Seite anschaut, adressiert sind, hier im Netz 72, 16, 10, die transportiere ich über die Tunnel-Interfaces in einem Ethernet-Frame, der entsprechend als Payload wieder den Ethernet-Frame mitträgt. Also ich habe Ethernet in Ethernet und das ist eigentlich der ganze Trick letztendlich, wie, also gehört sich jetzt sehr, sehr einfach an, aber ist natürlich technisch implementiert sehr komplex, aber das Grundprinzip ist genau das, ich habe letztendlich einen Ethernet-Frame als Transportschiff und in diesen Ethernet-Frame packe ich eigentlich nochmal über Geneve einen weiteren Layer 2-Frame rein, der dann den eigentlichen Payload der Workloads repräsentiert. Und was dann passiert ist, nichts anderes als, die VM möchte entsprechend jetzt mit der 10.13 hier entsprechend kommunizieren und hier wird entsprechend dann das Paket eingepackt, über Geneve, transportiert, hier wieder ausgepackt und an die VM weitergesendet. Jetzt habe ich gesehen, gab es gerade eine Frage, ich versuche die gleich direkt aufzugreifen, einen Moment, so. Ja, zwei Fragen, dann gerne mal los, ich versuche es im besten Fall direkt zu beantworten, ansonsten nehme ich es mir für später auf. Ich gerne auch kurz das Mikrofon aufmachen, nochmal, dass ich bin jetzt gerne der. Korrekt, das habe ich bis jetzt natürlich definitiv ausgespart, natürlich brauche ich Transport-VLAN, was entsprechend die Frames transportiert, aber der Unterschied ist, naja, dieses Transport-VLAN ist letztendlich aus Sicht unseres Workloads hier oben irrelevant, denn die sehen nicht mal, dass überhaupt eine Kapselung stattfindet, die kriegen am Schluss ja wirklich die Ethernet-Frame so übertragen, als ob der niemals entkapsuliert, bis nicht dekapsuliert worden ist. Aber ja, natürlich, ich brauche aus Sicht von NSX auf meinen Switches, in meiner Fabrik, einen Transport-VLAN, Okay, tun wir wieder kurz weg, ich habe es jetzt auch gerade gesehen, dass Webex wieder gesagt hat, eine Verbindungsunterbrochen, ich kann es gerade nicht erklären, warum es ist, aber um die Frage direkt aufzugreifen, wir brauchen mindestens der MTU-Size von 1600, denn ansonsten vollkommen richtig, wäre der Frame zu klein, wäre der Ethernet-Frame zu klein, um diese Enkapsulierung durchzuführen, vollkommen richtig. Gerne. Okay, dann. Das zum Thema der Grundlage, wie Enkapsulierung funktioniert. Werden wir nachher auch jetzt beim Thema Switching nochmal uns genauer anschauen, was tun denn die Teilnehmer eines virtuellen Overlays beziehungsweise Transport-Nodes, um sowas wirklich zu machen, um wirklich dann Switching zu betreiben, um Routing zu betreiben, aber wenn das Grundprinzip einfach schon mal im Kopf so weit irgendwie plausibel geworden ist, hat man definitiv schon mal eine sehr, sehr wichtige Grundlage von Netzwerp-Virtualisierung verstanden, weil darauf baut alles weiter am Schluss auf. Hier sieht man das Ganze auch nochmal jetzt technisch betrachtet wirklich in einem Wireshark, wo ich genau sehen kann, okay, was passiert denn beziehungsweise wie sieht denn so ein Frame am Schluss genau aus? Sorry, sorry. Und Zeitungen kurz nochmal wegmachen. Ich sehe letztendlich eben meine virtuelle Maschine, die SA-Web01 und die SA-Web02, die möchten miteinander kommunizieren, die letztendlich in den Segmenten 072, 16, 10, 11 und hier als Adresse 16, 10, 12 beheimatet sind. Die sind gemeinsam in einem Overlay-Segment mit der VNI 7, 1, 6, 8, 0 und die letztendlich dieses virtuellen Netz wird aber getunnelt übertragen auf meinen Transport-Nodes, auf meinen E6E-Nodes in einem komplett anderen Netz, in einem komplett anderen V-Land. Das heißt also, das ist nichts anderes als ein Tunnel, der dafür sorgt, dass eben zwischen den Transport-Nodes, die in diesem Segment beteiligt sind, die Daten letztendlich von A nach B übertragen werden können und am Ziel wird dann der ganze Genie-Ferder wird alles wieder komplett entfernt, dass am Schluss bei der jeweiligen VM nur der original E-Send-Frame ankommt, es also für die VM so aussieht, als ob es diese Form der Enkapsulierung und alles, was zum Wumpassierten nie gegeben hätte. Wireshack Capture kann man sich das Ganze noch genauer anschauen, man sieht letztendlich hier relativ schön, dass wir hier eben ein Genie-Protokoll verwenden, Board 6081 letztendlich genau die Anzeige dafür, hier wird Genie-F gesprochen, Wireshack letztendlich gibt uns das Ganze auch hier direkt auch mit und sagt, hey, das ist Generated Network Virtualization Encapsulation und ich sehe letztendlich hier auch den VNI, also das wird den Virtual Network Identifier und am Schluss, wenn wir genau hinschauen und das nochmal vergleichen, Source und Destination Make-Adress entsprechen genau den Hardware-Adressen, die wir hier oben haben. Hier haben wir also genau unsere Make-Adressen entkapsuliert, beziehungsweise hier sieht man genau, dass der Frame eigentlich in diesem anderen Islet-Frame, der von Port verwendet worden ist, eingebettet wurde. So, dann nochmal eine Frage, habe ich gerade durchflitzen sehen. Natürlich, also letztendlich muss man ganz fair sein, es wäre gelogen zu sagen, dadurch entsteht keinerlei Latenz oder keinerlei Overhead, aber vollkommen richtig, wenn ich sage, ich möchte hier in irgendeiner Form die Latency so gering wie möglich halten, habe ich verschiedene Varianten des Offloadings an die Netzwerkkarte, die ich verwenden kann, kommen wir nachher auch noch drauf, hier hat sich in Wies 4.8 im Comments von NSX auch was unglaublich Interessantes getan, nämlich die Einsatz von SmartNix. Die Frage war, ach so ging es privat an mich, oder? Dann lese ich nochmal vor, Entschuldigung, die Frage war, ob es letztendlich durch die Enkapsulierung einen Latency Impact gibt, also letztendlich, ob es durch dieses Verpacken und Entpacken der Pakete Netzwerklatenz entsteht. Und natürlich wäre es gelogen zu sagen, das was hier passiert ist komplett latenzfrei. Aber wir haben verschiedene Offloading-Mechanismen an die Netzwerkkarte, an die physischen Interfaces, die wir verwenden können, plus gleichzeitig eben, werden wir nachher auch noch sehen, in Wies 4.8 in Kombination mit NSX durch den Einsatz von SmartNix oder DPUs haben wir die Möglichkeit, eigentlich das komplette Offloading an die DPU abzugeben, um damit auch den Hypervisor, den VM-Körnel und die normalen CPUs mit diesen Aufgaben eigentlich gar nicht mehr zu belasten. Jawohl, die Folien werden im Anschluss geteilt. Letztendlich, wann die dann rausgehen oder wann die bereitgestellt werden, müsste ich nochmal an die Kollegen und Kolleginnen in der Fastlane weitergeben. Aber ja, die Slides werden bereitgestellt. Genau. Genau, dann habe ich glaube ich soweit erstmal alles anbordet, hoffe ich. Ansonsten gerne jederzeit nochmal nachhaken. Genau, das ganz kurz zum Überblick beziehungsweise wie funktioniert Netzwerk-Virtualisierung im Kern. Denn nochmal, Kern-Funktionalität ist die Kapselung, ist letztendlich die Möglichkeit zu sagen, ich bilde virtuelle Netze ab, die dann aber über meine physische Fabrik einfach ganz normal über Ethernet transportiert werden und ich als Payload den eigentlichen Ethernet-Frame beherberge oder transportiere, der meine virtuelle Netzwerke abbildet. Welche Vorteile entstehen? Na ja, gut, ich glaube, da können wir jetzt an vielen Stellen in alle Richtungen diskutieren oder in die physische Richtung denken. Das eine ist natürlich, ich verlagere durch den Einsatz von Netzwerk-Virtualisierung meine Services direkt in den Hypervisor. Das heißt, näher an den Workload komme ich fast nicht mehr ran, denn der Hypervisor selbst ist ja auch die Plattform, die meine virtuellen Maschinen betreibt, die letztendlich die Prozesse auch beherbergt oder die Prozesse beherbergt, die meine virtuelle Maschine ausmachen. Das heißt, es macht absolut Sinn, auch zu sagen, ich versuche hier auch das Thema Netzwerk, das Thema Segmentierung, das Thema Routing, das Thema Load Balancing etc. auch schon wirklich direkt an diese Stelle reinzusetzen, da ich dadurch direkt am jeweiligen Workload, an der jeweiligen VM-Animulierung Container direkt ansetzen kann. Natürlich auch gilt für alle Security Features natürlich genauso. Bedeutet gleichzeitig auch, wenn ich skalieren möchte, habe ich eigentlich den netten Nebeneffekt durch jeden neuen Transport Node, den ich hinzufüge, sprechen wir einfach mal von weiteren E6-Hosts, habe ich automatisch auch eine weitere Skalierung meines Netzwerks durchgeführt, weil die Ressourcen, die zur Verfügung stehen im Hypervisor, natürlich dann auch jetzt wieder für alle virtuellen Maschinen, für jeden Workload, der da läuft, auch bewendet werden kann aus Netzwerksicht. Das heißt, auch mein Routing ist plötzlich noch mal durch weitere Instanzen erweitert worden. Meine ganzen Load-Balancing-Instanzen sind potenziell dadurch jetzt breiter geworden, wobei hier hängt es auch wieder von den Edges mit ab, die ich einsetze. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, jeder weitere E6-Host in meinem Netzwerk führt gleichzeitig auch dazu, dass ich in meinem Netzwerk mehr Ressourcen zur Verfügung habe, um Dinge zu tun. Ich mache es mal ganz generisch. Je nachdem, was ich für Features und für Funktionen auch einsetze. Last but not least habe ich auch die Möglichkeit, und das ist auch, was gerne übersehen wird, weil es kommt immer so rüber, wenn ich NSX einsetze, muss ich eigentlich alles, was ich bis jetzt habe, an Netzwerkinfrastruktur beziehungsweise auch an Security-Lösungen, komplett über Bord werfen und eigentlich von Null anfangen und bin jetzt im VMware-Ökosystem gefangen. Definitiv nicht der Fall, denn VMware bietet wirklich extrem viele Schnittstellen, wo ich auch bestehende Security-Lösungen direkt mit an NSX anbinden kann. IDS-IPS-Systeme, Antivirus, andere Firewall-Instanzen. Also ich habe hier Möglichkeiten, wirklich auch bestehende Lösungen, die ich bereits im Netzwerk einsetze physisch, auch weiter zu verwenden. Natürlich, muss man ganz fairerweise dazu sagen, muss die jeweilige Hersteller auch das unterstützen. Also ich brauche natürlich das Glück, dass letztendlich der Technologie-Partner, mit dem ich gerade unterwegs bin im Netzwerk, hier auch Möglichkeiten bietet. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt noch mal gesagt, dass auch VMware wirklich sehr stark darauf achtet oder Möglichkeiten gibt, auch Dritthersteller mit an NSX anzubinden, um mit dem Traffic, mit den Informationen, den Dingen, die letztendlich in den Oberlain-Netzwerken passieren, die auch abgreifen, verarbeiten, irgendwie zusätzlich noch auswerten zu können. Hier lohnt es sich definitiv, immer wieder zu schauen, was gibt es denn wirklich von meinem Netzwerkausrüster, von meinem Partner, ich besetzt habe, denn de facto auch an Richtung NSX, an Anbindungsmöglichkeiten. Warum kann ein Netzwerk für mich überhaupt interessant sein? Ich meine, auch hier glaube ich, habe ich viel vorweggenommen, darum möchte ich es jetzt nicht komplett ausschlachten, aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt davon ausgehe, alles, was ich im Netzwerk tue, ist plötzlich API-basiert, bringt mir das natürlich eine ganz andere Dynamik. Ich habe nämlich dann die Möglichkeit, wie wir es bei den Virtual Machine auch kannten, Dinge, die früher Wochen oder Monate gedauert haben, eventuell in Minuten bereitzustellen. Denk mir nur an, ich brauche ein neues Netz, ist natürlich, wenn ich sage, ich möchte das im physischen Netzwerk tun, kein Ding der Möglichkeit, nicht falsch verstehen, klar, aber ich glaube, ich habe deutlich mehr Aufwand zu sagen, okay, ich richte ein neues Faulern ein, ich muss das überall entsprechend an allen Switchports durchkonfigurieren, dann muss ich routingtechnisch gucken, dass letztendlich das neue Subnet auch an alle Router verteilt wurde. Funktioniert alles, aber ich habe theoretisch durch NSX die Möglichkeit, das ganze API-basiert zu tun und Automatismen, die in NSX-Een enthalten sind, sorgen dafür, dass alle Hosts darüber informiert werden, das Segment existiert nun, es ist für mich also sofort konsumierbar und auch aus Routing-Sicht habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe einen Automatismus und ich habe natürlich dynamische Routing-Protokolle, die automatisch dann dieses neue Netz, dieses neue Segment sofort an meinen Nervs-Stream-Router verteilen und damit ist in meinem Netzwerk dieses neue Segment wirklich innerhalb von wenigen Minuten bekannt. Möglichkeiten zur Verlagerung an andere Standorte, auch irgendwo klar, wenn ich unabhängig bin vom unterliegenden Netzdesign, weil alles virtuell ist, kann ich mir auch überlegen, naja, wo kann ich meine Netze hinverlagern, um vielleicht wirklich jetzt auch andere Ressourcen entsprechend mit anzuzapfen, die vorher für mich vielleicht nicht erreichbar waren, weil das Thema Netzwerk für mich immer ein Painpoint war, seien es Co-Location, seien es Disaster Recovery-Standorte, seien es wirklich immer Cloud-Szenarien, wo ich sage, ich habe gewisse Workloads, die möchte ich vielleicht zum Cloud-Anbieter entsprechend auslagern, mir war aber nie klar, wie kann ich es denn schaffen, dass die Netze trotzdem verfügbar sind, dass vielleicht wirklich ich das Netz sogar stretchen kann an einem anderen Standort, gibt mir NSX wirklich extrem viel Flexibilität. Zero-Trust-Ansatz, wenn wir nachher noch sprechen, es geht einfach daran zu sagen, okay, ich versuche meine Workloads so abzusichern, dass sie wirklich eigentlich nur noch das dürfen an Kommunikation im Netzwerk, was essentiell notwendig ist, um Dienst zu tun, auch hier werden wir vor allem in dem Rahmen der Application-Plattformen noch neue Technologien kennenlernen, die uns Wirklichkeiten geben, auch zu analysieren, was tut denn meine Applikation überhaupt, weil oft ist es schwieriger, vorauszusagen, ja, wo kommuniziert denn eigentlich Applikation oder Server XY oder Container XY hin, was tut der eigentlich? Und auch hier gibt uns NSX sehr viel an die Hand, um genau das rauszufinden und auf Basis dieser Erkenntnisse auch automatisiert Regelwerke mir zu empfehlen für die Firewall, die ich dann direkt anwenden kann, wenn ich das möchte. Genau, Erweiterung des Anwendung und Drittanstellerlösungen habe ich entsprechend gerade schon genannt, heißt also auch hier habe ich an vielen Stellen die Möglichkeit auch nicht alles über Bord werfen zu müssen, sondern auch Bestehendes, das ich bereits habe in meinem Security Design, im besten Fall direkt mit in NSX zu integrieren. So, das war jetzt gerade mal kurz so der Baseline, der Baseline-Slot, um zu sagen, so, jetzt haben wir ein gemeinsames Verständnis, was ist denn grundsätzlich in der Zervitualisierung? Jetzt gehen wir kurz auf das Produktportfolio von NSX 4 ein, werde ich aber hier relativ kompakt halten, aus dem einfachen Grund, es hat sich so unglaublich viel getan, dass wir allein da schon vielleicht zwei Stunden befüllen könnten. Ich möchte darum nur wirklich relativ, ja, kurz und knapp die wichtigsten Neuerungen kurz aufzeigen und auch mal kurz einen Fokus auf das Thema Lizenzierung werfen. Grundsätzlich, was ich mir wieder feststelle im Gespräch mit Kunden ist, dass so das Gefühl entsteht, ja, wenn ich NSX machen will, dann muss ich sowieso alles kaufen und das kann ich nur auf Basis überhaupt von CPUs lizenzieren und das ist ja alles unglaublich teuer, das brauche ich mir gar nicht anschauen, ist irrelevant. Stimmt so nicht und das ist auch der Grund, warum ich diese Slides mit reingenommen habe, grundsätzlich ist NSX seitens VMware auch von den Lizenzen her ähnlich strukturiert worden, wie wir es von vSphere kennen. Wir haben also mehrere Editionen und Ausprägungen, die mir natürlich wieder auf Basis Feature-Sets unterschiedliche Funktionen bereitstellen auf Basis der Edition und ich aber nicht nur die reine Möglichkeit habe, immer nur auf CPUs zu lizenzieren, denn wir wissen, klar, wenn ich sagen muss, ich muss den ganzen Cluster auf einmal lizenzieren, das ist natürlich je nach Clustergröße ein sehr, sehr teures Vergnügen, und vor allem, wenn ich gerade erst damit starten möchte und sage, ich möchte jetzt erst mal Erfahrung sammeln und es vielleicht mal in einem abgespeckten, kleineren Szenario mir irgendwie genauer anschauen. Letztendlich gibt es einfach die Basisedition Professional Advanced Enterprise Plus und es gibt gleichzeitig auch hier wieder die Robo-Kits, die auch wieder für Außenstellen gedacht sind, also für kleinere Installationen, wo ich eben die Möglichkeit habe, dann eben Außenstellen für kleinere Infrastrukturen sehr kostengünstig anzubinden. Ich würde mir ganz kurz jetzt eben in den Browser springen und kurz nochmal auf einen wichtigen Dokumentationsantrag verweisen, der entsprechend nochmal aufzeigt, welche verschiedenen Editionen und welche verschiedenen Abstufungen VMware innerhalb der NSX-Lizenzierung vorsieht. Und wir sehen, man sieht schon, vor allem wenn man hier runter scrollt, je nachdem, was ich brauche und was ich einsetzen will, gibt es nicht nur die Perpetual-Variante mit per CPU, sondern ich kann auch sagen, okay, ich mache das Ganze, je nachdem, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Robodeployment, ich mache das per Virtual Machine, also ich möchte einzelne virtuelle Maschinen in irgendeiner Form nur lizenzieren. Oder ich möchte per Current User lizenzieren. Nochmal, ich habe das vorweggeschickt, ich bin kein VMware Licensing-Expert und ich kann hier auch in keinster Weise sagen, was für Varianten sind denn miteinander kombinierbar oder was für Upgrade-Pfade gibt es von A nach B, weil jeder von uns glaube ich weiß, das Lizenzierungsthema ist generell immer eine komplette Wissenschaft für sich. Ich möchte hier einfach nur mit diesem Slide oder dieser Info kurz einmal das Bewusstsein geben, NSX heißt nicht, ich muss immer alles sofort nehmen und ich kann nur per Core lizenzieren und bin in irgendeiner Form eigentlich dazu verdammt, entweder die große Box zu kaufen oder für mich ist es uninteressant, sondern ich habe sehr wohl auch mit NSX die Möglichkeit, wirklich sehr flexibel in NSX, in Netzer-Betualisierung einzusteigen, einfach auf Basis des Use Cases, den ich mir gerade anschauen möchte und generell das auch vorweggeschickt, wenn Sie gerade mit Netzer-Betualisierung starten möchten oder Sie möchten sich das Thema irgendwie anschauen oder annähern, würde ich immer klar mit dem Proof of Concept erst mal starten, um zu gucken, bringt mir das die Mehrwerte, die ich mir verspreche, was würde das denn bedeuten, auch auf Basis der Erkenntnisse im Proc, wenn ich das Ganze jetzt auf meine Infrastruktur insgesamt übertragen möchte, was würde das bedeuten, mit den In-Lizenzen, was für Lizenzmodelle werden überhaupt denkbar, welche Features brauche ich vielleicht auch gar nicht und kann dadurch vielleicht auch eine kleinere NSX-Edition verwenden. Darum Long Story Short, um jetzt hier in irgendeiner Form nicht in den Lizenzvertrag irgendwie abzuschweifen, einfach nur nochmal mitnehmen als grundsätzliche Idee, auch NSX selbst ist genauso modular verfügbar, was die Lizenzierung angeht, als wir es von Vis4 kennen. Ich muss einfach nur und hier würde ich einfach empfehlen mit dem Partner Ihres Vertrauens oder vielleicht auch mit VNB selbst, wenn Sie direkte Kontakte haben in TAM oder Ähnliches, hier einfach, wenn das Thema für Sie relevant wird, nochmal genau einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was brauche ich genau? Was für Varianten gäbe es denn jetzt in meinem Konstrukt als Alternativen beziehungsweise als Lösungsvarianten und was ist für mich dann der preisgünstigste Einstieg? Genau. Insgesamt muss man ganz klar sagen, dass NSX auch selbst von der Vision her deutlich gewachsen ist über die Jahre. Ich glaube, als VNB die Zero damals gekauft hat im Jahr 2012 war es, 2013, müsste ich lügen, war glaube ich erstmal wirklich nur im Fokus, wir wollen beweisen, dass auch Netzwerke-Virtualisierung funktionieren kann, ähnlich wie wir es damals bei Vis4 gesehen haben, wo ja auch VNB erstmal den Beweis angetreten hat, hey, Virtualisierung funktioniert und Virtualisierung bringt Benefits, Virtualisierung hilft uns wirklich auch in unserem täglichen Leben oder in unserem täglichen Geschäftsbetrieb. Und auch hier letztendlich war glaube ich der Anfangs, die Anfangs-Nedie von VNB auch genau das zu sagen, wir möchten mit dem Zugkauf von Nizera und NSX, was dann daraus geworden ist, erstmal grundsätzlich den Beweis antreten, dass Netzwerk-Virtualisierung funktioniert und was es für Vorteile bringt. Inzwischen nochmal ist die Familie maximal gewachsen und VNB spricht hier von der Virtual Cloud Network Strategie, die eigentlich darauf abzielt zu sagen, egal wo ich mich befinde mit meinen Workloads, ich habe doch NSX immer die Möglichkeit, das Netzwerk mitzunehmen, so plastisch das klingt. Und zusätzlich, durch den Einsatz von Security-Funktionen, kann ich auch nicht nur jetzt mein Netzwerk in irgendeiner Form in Software transportierbar machen oder in Software ausbreitbar machen, sondern durch die Anreichung von Security-Features kann ich auch noch eine Verbesserung erreichen, da meine Security-Werkzeuge, meine Security-Strategie jetzt wirklich auch näher an den Workload heranrückt, nämlich in den Hypervisor beziehungsweise bis an das virtuelle Interface meines Ports, meines Containers, meiner virtuellen Maschine. Und wir sehen auch hier auf Basis der verschiedenen Produkte oder Produktfamilien, die sie teilweise herauskristallisiert haben, dass hier einfach auch das Portfolio unglaublich gewachsen ist, von NSX selbst bis hin zu IPS-Funktionalitäten, zur nächsten Generation der Load Balancing, nämlich der BANs Load Balancing auf Basis von AVI. Wir haben entsprechend SD-BAN, wo ich auch sagen kann, okay, ich kann unter dem Hut, zwar nicht direkt von NSX, aber von Valero entsprechend jetzt auch meine SD-BAN-Konnektivität neu beleuchten. Also generell auch das Thema Netzwerk-Vertualisierung hat bei VMware inzwischen einen unglaublich großen Stellenwert bekommen, was ich maximal begrüße, weil es eine unglaublich spannende Technologie ist und mir auch unglaublich viele Möglichkeiten an die Hand gibt, je nachdem einfach, wo ich gerade stehe und was denn ich gerade für einen Use-Case habe beziehungsweise für Anforderungen habe, die ich erfüllen muss. Genau, Lizensierung, nochmal habe ich jetzt auch schon alles weggegriffen, von daher einfach nur, damit sie nochmal steht, einfach daran denken, NSX selbst ist auch in verschiedenen Varianten lizenzierbar, ich muss nicht immer den Big Bang machen und sagen, ich kaufe alles oder nichts und grundsätzlich gilt einfach Lizensierung, immer eine Sache für sich, wenn da irgendeiner Unterstützung notwendig ist, hier gerne bitte an den VMware-Partner das Vertrauens wenden beziehungsweise wenn Kontakte direkt zu VMware da sind, hier einfach wirklich VMware gerne mit ins Boot holen, die können wirklich sehr gut dann auch aufdröseln, okay, was für Upgrade-Pfade sind denn später möglich, wenn ich mich jetzt für X entscheide, was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt sage, ich würde nur gerne mal NSX mit der Disziplin Firewall entsprechend verwenden wollen, den Rest außen vor, et cetera, et cetera. So, gerade im Chat noch was, kam da noch was? So, dann kann NSX die Firewall zum ISP übernehmen und benötigt jetzt auf jeden Fall ein Gateway zwischen ISP und NSX, das heißt, wenn ich sage, ich möchte im Zweifelsfall jetzt zum Beispiel EWP entsprechen, oder? Kann ich definitiv sagen, das kann NSX selbst aus sich heraus, das wäre ein Fall für die Edge-Gateways beziehungsweise für das T0-Gateway, mit dem ich dann zum Beispiel EWP entsprechen könnte, um zu sagen, jawohl, ich baue eine Verbindung oder auch eine VPN-Verbindung, wenn ich sage, ich möchte einfach eine VPN-Verbindung zu meinem ISP aufbauen, kann es auch NSX aus sich heraus. Die zweite Frage, ist es möglich, ein Broadcast-Termin-Hybrid auf On-Fram-Clouds zu haben, mit Firewalls ohne Passung zu verschieben? Ja, exakt, das ist eigentlich genau auch der Sinn, den NSX, beziehungsweise auch eine der Use-Cases, den entsprechend NSX auch verfolgt, zu sagen, ich mache es nach Möglichkeit möglich, ein LR2-Netz im besten Fall wirklich auch bis in die Cloud zu strecken. Nochmal, da gibt es sehr viele Anforderungen, die da sein müssen, um das möglich zu machen, aber ja, ich möchte eigentlich, oder NSX möchte uns ermöglichen, oder vor allem, er hat die Idee, über NSX es uns zu ermöglichen, Workloads auch im laufenden Betrieb von On-Prem in die Cloud zu verschieben. Definitiv. Hier letztendlich spielt aber auch das Produkt beim BHCX eine sehr große Rolle, was jetzt nicht hier mitgecovert ist, um ehrlich zu sein, aber ja, definitiv, es ist möglich, oder NSX soll uns die Möglichkeit geben, eine Broadcast-Domain entsprechend, oder ein LR2-Netz sowohl On-Prem als auch in der Cloud verfügbar zu machen, um dadurch eben eine problemlose Migration von A-LB möglich zu machen, von On-Prem in die Cloud oder umgekehrt, ohne ein IP-Renumbering zu machen. Ich sehe auch gerade, das war wieder eine private Frage, darum lese ich nochmal die Frage generell vor. Die erste Frage war, kann NSX die Firewall zum ISP übernehmen? Habe ich eben gerade beantwortet, ja, ist möglich. Nochmal auf Basis, wirklich kommt nur auf die Konnektivität darauf an, möchte ich VPN sprechen, normales VPN sprechen, oder möchte ich ein eVPN machen, was auch immer. Und die Frage 2, ist es möglich, mit NSX dann wirklich mit meinem Cloud-Provider an der anderen Seite einen Konstrukt zu bauen, das es mir möglich macht, virtuelle Maschinen von meiner On-Prem-Infrastruktur in die Cloud zu verschieben, ohne dass ich hier ein IP-Renumbering vornehmen muss. Und auch hier lautet die Antwort, wenn der Cloud-Provider hier entsprechend auch ein paar Voraussetzungen erfüllt, definitiv ja. Genau, dann grundsätzlich Portfolio-Überblick, also was bietet mir NSX inzwischen? Und nochmal auch hier keine Angst, ich gehe jetzt nicht jeden Punkt einzeln durch und rede drüber und philosophiere drüber. Es ist grundsätzlich nur interessant zu sehen, wirklich wie weit NSX inzwischen gewachsen ist, was inzwischen alles möglich ist. Schauen wir uns mal die wichtigsten Dinge an, die definitiv interessant sein könnten. Klar, aus Sicht der Plattform, also was habe ich aus Betriebssicht davon oder aus operativer Sicht. Es ist alles sehr stark Policy und API-Driven. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wirklich hier in Form von Manifests, in Form von Scripting, in Form von Automatismen, die ich mir schreibe, wirklich komplett automatisiert mein Netzwerk zu formen, zu konfigurieren, zu verändern. Ich habe die Möglichkeit, sowohl VMS als auch Container anzubinden. Auch das ist ein unglaublich großer Vorteil, dass ich jetzt sagen, ich habe eine Plattform und es ist vollkommen egal, was für einen Workload ich habe. Ich kann die alle über das gleiche Management, über die gleichen Sicherheitsmechanismen absichern. Das gilt natürlich auch für Bermetal. In Networking, klar, was habe ich hier an Funktionalitäten? Ich habe letztendlich, klar, ich habe Switching, ich habe Routing, ich habe ECMP, ich habe die Möglichkeit, BGP zu sprechen, OSPF, also Dynamische Routing-Protokolle, um entsprechend die Konnektivität an meine Außenwelt vorzunehmen. Ich habe die Möglichkeit, via Flight zu sprechen, ich habe die Möglichkeit, EVPN zu machen, um zum Beispiel auch genau jetzt in dem Fall Anbindungen an eine Cloud, an eine externe Cloud möglich zu machen. Security, gleiches Spiel, also auch hier sehen wir, was inzwischen da alles mit reinkam, was alles mit grundsätzlich NSX uns bietet. Ich habe IDS, IPS, ich habe eine Distributed Firewall, ich habe eine Gateway Firewall, die schauen wir uns später noch alles, die Firewall-Typen schauen wir uns auch noch noch mal genauer an. Ich habe weiterführende Analyse, Methoden, Analyse, Werkzeuge, wie NSX Intelligence oder NSX NDR, Network Detection and Response, die es mir auch möglich machen, zu sagen, ich erkenne Angriffsmuster im Netzwerk, ich kann identifizieren, wo die sind und ich kann durch die Zuhilfenahme von weiteren VMware Cloud Services sogar feststellen, in welcher Phase befindet sich die Attacke gerade. Also da ist unglaublich viel passiert und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie viele Möglichkeiten und wie viel Flexibilität mir NSX inzwischen an die Hand gibt. Ansonsten Automatisierung, da habe ich mich schon totgequatscht drüber, nochmal alles ist REST-basiert oder JSON-basiert, das heißt, ich habe die API, die von NSX wirklich auch perfekt dokumentiert ist, ich kann nahezu alle Funktionen wirklich auch API-basiert ansprechen, heißt also auch für alles, was ich in irgendeiner Form in einem Workflow gießen möchte, ist grundsätzlich alles vorhanden, auch hier kann ich, ihr kennt es vielleicht, das Developer Center bei VMBlo ganz stark empfehlen, wo entsprechend auch dafür NSX die REST-API dokumentiert ist. Ich habe die Möglichkeit, Tag-Based Security zu machen, also nach dem Motto, ich tagge meine VMs oder Workloads nur noch innerhalb von V-Center und auf Basis des Tags werden bestimmte Security-Mechanismen angewandt. Also hier letztendlich sehen wir schon, was uns das für Möglichkeiten bietet, dass ich eigentlich auch das Thema Security so weit treiben kann, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, auch bei dem Rollout, was für eine Firewall-Regel muss ich denn hier schalten, sondern ich kann auf Basis von Tags zum Beispiel schon sagen, es gibt ein Basisset an Firewall-Regeln und das gilt schon mal pauschal für alles und jeden und egal, wo die vorhin hinwandert, diese Regeln beziehungsweise alle Security-Settings wandern einfach mit. Ich habe auch im Thema Operations viele neue Möglichkeiten bekommen, was das Thema A-Bug, also Roll-Based Access Control angeht. Ich habe eine super Integration in Loginsight beziehungsweise jetzt ARIA Operations for Logs. Ich habe im Troubleshooting unglaublich viele interessante Werkzeuge, die mir es möglich machen, wirklich in den Traffic-Claw reinzuschauen beziehungsweise nachzuvollziehen, was für einen Weg hat ein Paket genommen, wo wurde es losgesendet, wo wurde es entsprechend in einen Genieftunnel gepackt, wo wurde es entpackt, wann wurde es an welche Komponente weitergegeben, also wirklich sehr, sehr detaillierten Einblick über die Art und Weise, wie in meinem Netzwerk die Data Plane arbeitet, was für Troubleshooting unglaublich wertvoll ist und ich habe natürlich generell klar, ich habe Alarme, ich habe die Möglichkeit, mit Dashboards zu bauen, die mir verschiedene Metriken anzeigen, etc. Also hier letztendlich möchte ich nur zeigen, NSX selbst ist deutlich darüber hinaus gewachsen, als ich kann nur Netzwerk-Virtualisierung betreiben in Form von virtuellen Netzen, sondern auch das ganze Thema Automatisierung und Security wächst und wächst und wächst und macht NSX wirklich immer zu einer deutlich charmanteren Plattform, weil ich, wie gesagt, meine ganzen Security-Maßnahmen zentral in einer Plattform eingießen kann und die, wenn ich das möchte, auch wirklich dynamisch sofort für alle gilt und zuvor alle verfügbar ist. Was ist neu in 4.0 bzw. 4.1? Auch hier nochmal könnt man stundenlang darüber reden. Wichtig ist erstmal, NSX heißt jetzt NSX und zwar ohne T, also es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen NSX-V und NSX-T, sondern ab 4 sind wir definitiv einfach mit dem Namen NSX unterwegs. Wir haben eine verbesserte Unterstützung für IPv6, das heißt, was immer noch so ein kleiner Hemmschuh war bisher, war die Tatsache, dass einfach, wenn ich ein komplett homogenes IPv6-Netzwerk hatte, immer noch gezwungen war, an manchen Stellen trotzdem IPv4 oder Dualstack zu sprechen, weil eben NSX noch nicht so weit war. In NSX 4.0 bzw. 4.1 haben wir jetzt die Möglichkeit, zumindest die Kommunikation zwischen Manager und Transportnodes komplett über V6 zu machen. Es ist immer noch nicht möglich, komplett rein nach V6 umzusteigen, aber ich glaube, das ist der nächste iterative Schritt dazu. Wir haben Multitunnel-Endpoint-HA, das heißt, ich kann einen Transportnode mit mehreren Tunnel-Interfaces versehen, die dann auch entsprechend eine Hochverfügbarkeit abbilden, dass wenn ein Tunnel-Interface down geht, noch ein anderes Interface übernehmen kann. Ich habe die Möglichkeit jetzt auch auf den NSX-Edge-Gateways Packet Capture durchzuführen, also wie genau das passiert auf den Edges. Wer die Edges noch nicht kennt, werden wir nachher auch noch drüber sprechen, wie das Bindeglied darstellen zwischen Oberlin-Netzwerken und meiner normalen Netzwerkinfrastruktur, meine follower-basierten Netzwerkinfrastruktur. Wenn wir hier schauen, das ist ja auch hier nur kurz ein Hinweis auf die Release Notes, das hier, was wir gerade sehen, sind alle Änderungen in Version 4.0 und die Liste ist schon extrem üppig und wenn wir jetzt sagen, ich möchte das Ganze mal noch 4.1 anschauen, ist das Ganze mindestens noch mal so mächtig, also man sieht wirklich, da passiert unglaublich viel, vor allem, gibt es hier unglaublich Gas, um wirklich auch NSX weiter auszubauen, weiter zu verbessern und uns hier wirklich auch in die Richtung der anderen Produkte, die es auch in den verschiedenen Portfolios gibt, immer eine bessere Integration zu bieten, um wirklich diese Vision von Microsoft Cloud Network eigentlich auch langsam und sicher immer mehr in die Tat umzusetzen. In meinen Augen. Von daher extrem spannende Entwicklung, die hier passiert. Besonders wegen 4.0 beziehungsweise auch 4.1 war nun mal ein sehr, sehr wichtiges Release oder waren zwei wichtige Releases für Framework. Ein Highlight, das ich rausheben möchte, war ich vorhin ja schon ganz kurz, weil es kam die Frage, wie kann ich den offloaden, weil ja, natürlich, es wäre gelogen zu behaupten, das Konzept der Enkapsulierung, Dekapsulierung braucht keinerlei Overhead und kostet keinerlei Performance. Die Fragestellung, gibt es eine Möglichkeit, hier irgendwie Offloading zu betreiben im Sinne von, die Netzwerkkarte soll das überdienen, für mich und soll ich den Hypervisor dahingehend entlassen, um hier wirklich so effizient wie möglich und mit so wenig Latenz, mit Latenz, ja, Latenzaufschlag wie möglich entsprechend diese Services, diese virtualisierten Services anzubieten. Und genau hier kommen wir zu einem Punkt, der auch wirklich mit WIS 4.8 Einzug gehalten hat, in Komets mit NSX, nämlich das Konzept der DPU, sozusagen das DPU Offloadings. DPU ist die für Data Processing Unit und ist auch bekannt unter dem Namen SmartNix. Und was letztendlich VMware mit WIS 4.8 Released hat, ist die Möglichkeit, innerhalb meiner Hosts zertifizierte SmartNix einzusetzen, die dann im ersten Schritt, und da sind wir jetzt gerade, ups, sorry, die jetzt im ersten Schritt die NSX-Services komplett aus dem normalen Hypervisor hier oben in die DPU verlagern. Heißt also, der ganze Overhead, der bisher entstanden ist von NSX für meine normale CPU, in Form von, also wirklich, bleiben wir da ein Beispiel, Entkapselierung, Dekapsulierung, Distributed Routing, Firewalling, etc. Das Ganze wird herausgelagert und an die DPU, an so eine SmartNix entsprechend ausgelagert. Das bedeutet, meine CPU wird von diesen ganzen Aufgaben entbunden und kann wieder eigentlich dafür verwendet werden, im vollen Umfang, für das eine CPU gedacht ist, nämlich für meine Workloads, die ich betreiben möchte. Und das letztendlich ist eine ultraspannende Geschichte aus dem Grund, NSX ist der erste Schritt, da sind wir jetzt gerade mit WIS 4.8, aber man sieht es hier schon, das Ganze geht weiter und zwar der nächste Schritt, der passieren soll, nochmal, kann keine Timelines oder ähnliches nennen, ist aber, dass auch Pausam entsprechend von dem Hypervisor vom Beam-Kernel selbst herausgelöst wird und auch ab sofort auf eine DPU ausgelagert wird. Das bedeutet also, wir kriegen plötzlich die Möglichkeit, diese integralen Bestandteile, die jetzt immer im Hypervisor selbst von ESXI erbracht wurden, dass die jetzt rauswandern auf eine komplett eigene Compute-Einheit, auf diese Smart-Nix und diese Smart-Nix auch eben speziell dafür da sind, solche Workloads entsprechend effizient abzuarbeiten oder effizient hier diese Services auch bereitzustellen. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und uns mal angucken, sehen wir also hier jetzt nochmal den Shift, den wir hier, den Paradigmaschiff, den wir hier erleben, nämlich, während bisher einfach unsere CPUs, unsere Generic Purpose Computing Plattform eigentlich abgearbeitet hat, das alles wandert jetzt raus in eine eigene DPU, was nichts anderes ist im ersten Moment wie eine Netzwerkkarte mit deutlich mehr Intelligenz und alle Dinge oder alle notwendigen Services, die gebraucht werden, um die Netzwerk-Virtualisierung zu betreiben, also wirklich Geneve Encapsulation, Decapsulation, Distributed Firewalling, Routing, wird nicht mehr eben von unserer CPU im ESXE-Host erbracht, sondern von unserer Smart-Nix, unserer DPU. Und das ist unglaublich interessant, weil wenn wir wieder auf das Thema Offloading zurück springen, wo wir vorhin gerade waren, das ist die höchste Form des Offloadings, die ich tun kann aktuell. Ich sage, okay, ich lage das komplett auf die DPU auf, auf diese eigene spezialisierte Netzwerkkarte und dadurch habe ich eigentlich auch die Latenz-Overhead, der durch den Einsatz der Netzwerkkartierung entsteht, habe ich damit eigentlich kompensiert, denn ich habe hier einen entsprechenden Namenprozessor, beziehungsweise nicht nur einen, der nichts anderes tut, als sich genau um die Abarbeitung dieser Aufgaben zu kümmern. Witzigerweise, wenn wir uns das Ganze technisch genauer anschauen wollen, haben wir eigentlich auf der SmartNIC alle Bausteine, die ein x86-System auch hat und gleichzeitig ist auf dieser SmartNIC e6i installiert. Das heißt, wir haben e6i in e6i, was im ersten Moment ein bisschen verrückt klingt, aber ökologisch, denn die DPU selbst muss ja auch die ganzen Schnittstellen und APIs beherrschen, die notwendig sind, um NSX überhaupt zu betreiben und später auf dieser und darum letztendlich installieren wir auf die SmartNIC im Rahmen, wenn ich ein neues e6i-Host installiere und habe eine unterstützte SmartNIC in meinem e6i-Host, installiere ich beim Setup von e6i gleichzeitig e6i on ARM, also die ARM-Version von e6i, installiere ich auf die SmartNIC und habe dadurch dann eben eigentlich in meinem e6i-Host nochmal einen e6i-Host, der auf dieser Architektur beziehungsweise auf dieser Plattform ist eine ultra spannende Geschichte, wichtig ist erst mal nur, sich ins Gedächtnis zu rufen oder es einfach zu merken, dass ich durch diese Möglichkeit des Offloadings eigentlich ganz neue Möglichkeiten habe, sowohl in Punkt- und Netzwerk-Virtualisierung als auch später, wenn ich Visa einsetze, zu sagen, okay, ich möchte diesen Storage-Service, der früher im VM-Kernel gelebt hat, jetzt hier auslagern, dass ich das jetzt wirklich auch in einer ganz anderen Dimensionen tun kann und der Overhead, der entstanden ist, den bis jetzt meine CPUs verbringen mussten, der wandert jetzt komplett auf die GPU. Das Ganze letztendlich, vielleicht kannst du oder kennt du da eine oder andere das Project Monterey, das ist letztendlich der Codename, der damals vor zwei Jahren war, es wurde das erste Mal über Project Monterey von VM in irgendeiner Form berichtet wurde, wo erst mal auf der Steam Explorer auch darüber gesprochen wurde, das ist letztendlich jetzt die Productization, also das ist das Produkt, was daraus entstanden ist, nämlich die Integration, die Verwendung von SmartNex oder DPUs innerhalb von ESXi und damit die Möglichkeit auch verschiedene Komponenten, die im VM-Kernel gesetzt werden wird, in Zukunft auf die GPU auszulagern. Der erste Schritt ist eben dann jetzt, WIS 480 NSX und in späteren Schritten wird definitiv auch Fausern dazukommen. Wenn man sich so eine GPU anschaut, ist die im ersten Moment eigentlich total unspektakulär, denn die sieht aus wie eine normale Netzwerkkarte, die hat hier einfach zwei XFP-Konnektoren, die hat hier ein Management Interface und wenn man sich dann wirklich auf dem Board genau anschaut, hat es eine CPU, ein Flash-Speicher und hier entsprechend den Accelerator und was passiert, ist eigentlich nichts anderes als, wir installen hier auf dieses Flash-Device ESXi on ARM, also das Tool jetzt eigentlich der ESXi Setup Install automatisch für uns und was damit passiert, in Zukunft ist das eigentlich alles, was NSX betrifft, eben in Zukunft nicht mehr auf unseren CPUs im Hyperweise, im Host direkt ablaufen, sondern alles hier sich abspielt. So, da kam gerade die Frage, sehe ich, also grundsätzlich ist der nested ESXi Host versteckt, das heißt, den sehe ich so im vCenter nicht. Ich kann ihm natürlich eine Management-IP geben, vor allem für Troubleshooting, aber grundsätzlich, auch das geht jetzt ein bisschen über den Vortrag hinaus, aber trotzdem, ich kann es einfach schon mal mit einstreuen, grundsätzlich ist der Lifecycle Manager so konzipiert, dass er erkennt, jawohl, der Host hier, der hat eine DPU, der hat entsprechend auch diese ESXi- und ARM-Installationen und immer, wenn ich einen ESXi-Host zum Beispiel aktualisiere, wird auch automatisch die notwendigen benötigen Patches für die DPU installiert. Das heißt, für mich als vSphere-Admin ist die DPU eigentlich zumindest operativ transparent. Ich sehe sie natürlich, wenn ich im vCenter gehe auf Configure, Hardware, sehe ich die natürlich oder wenn ich wirklich sage, ich möchte die Offloading Funktionen nutzen, muss ich natürlich mein DV-Switch mit dem Uplink versehen, der von der DPU kommt. Da sehe ich dann die DPU, aber der Host selbst, also dieser Nested ESXi, wenn man so bezeichnen möchte, was von Begrifflichkeit ein bisschen schwieriger ist, er ist Nested und doch nicht Nested, bei Nested wäre für mich in Software gegossen. Ja, jetzt ist er wieder da. Okay, danke. Von daher habe ich gesagt, ist für mich transparent, sehe ich grundsätzlich nicht, es sei denn natürlich, ich nutze am DV-Switch als Uplink, wenn ich sage, ich tue mit dem DPU aktiv irgendwas und mit den Uplinks der DPU. Kann man mehr als ein DPU benutzen? Macht das Sinn? Macht das Sinn, würde ich ab wie an, ja, definitiv. Kann ich das momentan benutzen? Nein, Stand heute nur eine DPU pro Host supported. Auch hier denke ich, dass wir in weiteren Releases was sehen werden, weil ich würde auch sagen, aus Sicht der Redundanz würde ich natürlich auch hier mir einen Mechanismus wünschen, der mich nicht komplett davon abhängig macht, ob die DPU jetzt in irgendeiner Form funktioniert oder nicht funktioniert, sondern das wäre ja ein Single Point of Failure. Von daher, um es kurz zu beantworten, macht es Sinn? Würde sagen, definitiv ja. Ist es momentan möglich? Nein. Leider noch nicht. Ansonsten, wenn wir uns anschauen, was gibt es denn gerade für DPUs, die ich verwenden könnte? Letztendlich sind gerade drei Hersteller, die überhaupt DPUs liefern, die mit ESXi supported sind. Das ist einmal Nvidia, Intel und Pensando, wobei Pensando muss man inzwischen eigentlich ganz ehrlich sein, man muss hier AMD hinschreiben, AMD Pensando, denn Pensando wurde von AMD gekauft. Das heißt, das sind die drei Hersteller, auch hier einfach nur wieder der Hint, bitte die HCL beachten, das heißt, auf der Hardware-Compliability-Liste von VMware steht genau drauf, welche DPUs sind überhaupt momentan supported, welche sind einsetzbar und ja, wenn ich das dann entsprechend gekauft habe, beziehungsweise so eine Karte verfügbar habe, baue ich die meinen Host ein und muss halt dann, wenn ich WS4.8 installiere, im Installer einfach und fühlt sich sagen, jawohl, also der Installer wird dann sagen, ich habe die DPU erkannt, dann kann ich einfach sagen, jawohl, install Image von DPU und dann wird automatisch auch das hier notwendige ESXi und ARM-Image automatisiert im Hintergrund auf die DPU installiert und ab dann bin ich eigentlich gefordert, das Ganze, wenn ich es mit NSX einsetzen möchte, später eben im NSX-Manager beziehungsweise dann im B-Center zu kontigurieren. Genau, das kurz als, ja, für mich das Highlight in WS4.8 mit NSX, eben das komplette Offloading der NSX-Services auf eine DPU. Schauen wir uns mal kurz noch die Grundregel-Architektur von NSX an, auch hier, viele von Ihnen setzen NSX vielleicht schon ein, kennen vielleicht die Komponenten schon, trotzdem möchte ich einfach nur noch mal basisseitig über die verschiedenen Begrifflichkeiten drüber gehen, einfach damit wir hier wieder ein gemeinsames Bild haben, aus was besteht denn NSX und was tun denn die einzelnen Komponenten. Grundsätzlich, welche Komponente umfasst NSX? Naja, man kann es eigentlich ganz grob aufteilen in drei Komponenten, nämlich den NSX-Manager, die Transport-Nodes und die NSX-Edge-Nodes. Der Manager oder die Manager, muss man ganz klar sagen, sind die Control-Plane der Infrastruktur, die Transport-Nodes sind die Data-Plane, da findet der eigentliche Transport der Pakete statt und die Edge-Nodes haben eine spezielle Funktion, das sind Maschinen oder Cluster, die letztendlich mir den Übergangspunkt darstellen von meinen Overlay-Netzwerken, die ich innerhalb von NSX erzeugt habe, zu meinen VLAN-basierten Netzwerken in meine klassische Welt, nehmen wir es mal so. Die Edge-Nodes haben noch ein paar Sonderfunktionen, die zusätzlich noch dazukommen, aber grundsätzlich die Basisfunktion in den Edges ist genau das, das ist der Brückenpfeiler, das Brückenglied zwischen Overlay und unseren VLAN-basierten Netzwerken. Hier sehen wir es noch mal ein bisschen bunter bzw. detaillierter. Jede NSX-Installation startet eigentlich mit dem Ausrollen einer NSX-Manager-Appliance. Das ist auch direkt das Stück Software, das ich bei VMware herunterlade. Das ist eine OVA, die jetzt entdeckt, er gebe ich eine IP-Adresse, der sage ich, okay, welche Größenordnung, der sage ich mich im Netz, soll sie beheimatet sein. Ab dann habe ich grundsätzlich eben den NSX-Manager bzw. die Verwaltungsoberfläche erstmal verfügbar und kann dann im nächsten Schritt hergehen, um zwei weitere Manager auszurollen, um damit einen Cluster zu formen. Ich kann auch sagen, okay, ich mache grundsätzlich auch einen Singleton-Cluster, das heißt, mit einem einzigen NSX-Manager, dann ist der halt nur geschützt von Viz 4a im besten Fall. Auch das ist inzwischen supported, dass ich auch sagen kann, okay, ich möchte diese Remedanz aus 3 nicht, sondern ich mache nur einen einzigen Manager. Empfehlung von VM ist aber ganz klar, eigentlich nur zu sagen, hey, Manager immer redundant halten, 3 VMs, die bilden dann automatisch einen Clustering-Verbund und sorgen dafür für die Hochverfügbarkeit meiner Control-Plane. Das ist übrigens dann auch der Einstiegspunkt für mich, für die Administration, das heißt, diese Manager hosten das Web-Interface und gleichzeitig auch die API-Endpunkte. Das heißt, auch wenn ich sage, ich greife jetzt API-basiert auf NSX zu, tut da Dinge, ist mein Ansprechpartner, der Endpunkt, den ich anspreche, immer der NSX-Manager. Gleichzeitig, wer NSX schon länger kennt, weiß, dass es früher neben den Managern auch die NSX-Controller gab, das waren noch mal einzelne VMS, die sind inzwischen aber komplett mit in den Manager gewandelt, das heißt, wir haben in den Managern eigentlich zwei Komponenten auf einmal, sowohl den Manager als auch die Control-Plane und heißt, wenn ich beginnen möchte, NSX zu deployen, wäre das eigentlich der Ausgangspunkt, ich nehme drei Manager, packe die in den Cluster, bilden dann selber automatisch den Cluster und damit habe ich erstmal so grundsätzlich meinen Management-Plane-Anteil aufgebaut. Natürlich kann ich zuerst noch sagen, jawohl, ich packe noch einen Load-Balancer davor, um hier entsprechend nochmal Lastverteilung auf die Manager zu betreiben. Hier gibt es noch sehr viele Details, die man nennen kann oder die man sich betrachten muss, wenn man entsprechend sich in den Manager-Cluster aufbaut, aber grundsätzlich einfach für das Basisverständnis. Ausgangslage sind meine Manager, einer mindestens, logisch gesagt, oder Empfehlung von VMware auch ganz klar zu sagen, hey, ich gehe in den Land, ich nehme drei und verteile die natürlich auch wieder per DRS-Regeln auf drei verschiedene Hosts und dann formeln die intern ihren Cluster und damit habe ich die Hochverfügbarkeit entsprechend gegeben. Was dann kommt, die Data-Plane hier unten, das sind dann meine Transport-Nodes. Die Transport-Nodes sind entweder E-6E-Hosts oder, das muss ich jetzt wegstreichen, KVM inzwischen nicht mehr supported, es gibt also nicht mehr die Möglichkeit, jetzt auch wirklich einen KVM-Host als Transport-Nodes zu verwenden, die wurden in 4.02 abgekündigt, das heißt, KVM selbst ist nicht mehr direkt als Transport-Nodes verwendbar, sondern vor allem er geht jetzt hier den All-In-E-6E-Host-Ansatz. Ich glaube, einfach vermutlich, nochmal, ich weiß es nicht, einfach nur meine Vermutung, vermutlich war da einfach der Use-Case nicht groß genug, dass sich die Weiterentwicklung gelohnt hat, der Fakt ist halt letztendlich NSX selbst bzw. die Verbindung des Transport-Nodes mit 4.X erstmal nur wirklich, wenn ich bei Hypervisern bleibe, nur für E-6E, ansonsten kann ich weiterhin natürlich auf den Metal-Server einbinden und ich habe natürlich auch meine Edges. Ansonsten hier mal so generell, nochmal der Workflow, habe ich jetzt gerade bei euch schon mündlich abgegrast, das heißt, ich beginne mit dem ersten NSX-Manager, gehe in die NSX-UI, registriere mein, eines meiner Visa, also mein erstes V-Center entsprechend an den NSX-Manager, als Compute-Cluster bzw. genau als Compute-Manager, so heißt es, und kann dann eben entsprechend weitere NSX-Manager über die NSX-UI deployen, um dann eben im besten Fall im Schluss drei Stück davon zu haben, die dann eben einen Applikations-Cluster formen. Wenn das passiert ist, dann letztendlich beginne ich meine Transport-Nodes vorzubereiten, die Konflikt vorzubereiten, in Form von Uplink-Profiles, in Form von Transport-Node-Profiles, heißt also nichts anderes, als ich definiere, welche Uplinks sollen verwendet werden für NSX, was sind meine IP-Ranges, die wie Tunnel-Interfaces verwendet werden, etc. Wenn ich das alles getan habe, dann gehe ich eben her und rolle die Konfiguration in Form eines sogenannten Prepares auf meine Hosts aus, das heißt, es wird alles installiert an Software-Komponenten, die notwendig sind, um NSX entsprechend zu initialisieren und wenn meine Transport-Nodes fertig sind, dann habe ich ja zumindest schon mal die erste Plattform geschaffen im Sinne von es ist jetzt mal Overlay-Traffic East-West möglich, also zwischen den Hosts und zwischen den Workloads auf den Hosts, in dem Last-Bad-Release am letzten Schritt die Pläuche NSX-Nodes, die Edge-Nodes, die dann entsprechend meine Verkehrssteuerung für den North-South-Traffic machen, also von außen nach innen, also von meinen V-Line-Based-Netzwerken ins Overlay und umgekehrt und auch hier gilt das gleiche, Edge-Edges sind extrem komplexe beziehungsweise extrem kritische Komponente, auch hier werde ich dann mehrere Edge-Nodes in einen Cluster packen, die dann gegenseitig sich vertreten beziehungsweise die Services sich hochverfügbar aufteilen. Sehen wir aber jetzt auch gleich noch im Detail, das ist ein bisschen genauer. Manager, wie gesagt, Fundament von NSX, ohne die Manager geht nichts, kriege ich als UVA-Appliance von VNB geliefert, liefert mir letztendlich alle Services, die notwendig sind, den Control-Plan abzubilden, das ist mein Einstieg, mein Administrations- Interface, das ich persönlich habe, aber als auch meine API-basierte Schnittstelle, die ich anspreche, um eben über Automatisierungsmöglichkeiten mein Netzwerk zu manipulieren, zu verändern, zu erweitern, was auch immer. Bilden automatisch entsprechend dann, wenn ich drei Nodes ausgerollt habe, ein Applikations-Cluster, teilen sich auch eine gemeinsame Datenbank, eine Corfu-Datenbank, die auch natürlich dann immer im Hintergrund repliziert wird. Kann man sich mir vorstellen, wenn ich sage, ich baue einen Cluster, macht es natürlich nur dann Sinn zu sagen, alle Services, die notwendig sind, um einen Manager abzubilden, laufen auf allen, klar, nur dann macht er wirklich eigentlich ein Clustering überhaupt Sinn und gleichzeitig haben wir natürlich eben auch eine gesherte Datenbank, denn die Corfu-DB, das ist eigentlich die Datenbank, die die Wahrheit beinhaltet, also was ist aus Sicht der Manager gerade das Netzwerk, wie ist es konfiguriert, was ist letztendlich, ja, wie sieht die Welt aus, die wir gerade innerhalb von NSX abgebildet haben. Ich glaube, dass jedem klar ist, die Manager sind unglaublich kritisch, denn das ist jetzt eigentlich mein zentrales Werkzeug, um mein gesamtes Netzwerk zu steuern, heißt also, bitte unbedingt auch hier ans Backup denken oder auch an Backup-Konzepte denken, NSX gibt uns aus sich heraus die Möglichkeit, wirklich auch den NSX-Manager zu backuppen, aber trotzdem einfach, das wird auch gerne übersehen, dass wirklich die Manager selbst eigentlich auch wirklich ein regelmäßiges Backup am besten täglich brauchen und das auch wirklich wieder geprüft werden sollte, dass es da ist, denn ohne die Manager oder wenn ich wirklich einen Fehler habe und ich muss irgendeinen Restore machen und ich habe gar kein Backup, habe ich glaube ich ein riesengroßes Problem, damit muss klar sein, dann stehe ich erstmal alleine da beziehungsweise ohne die Möglichkeit, die Konfiguration irgendwie wieder herzustellen, darum einfach immer daran denken, auch die NSX-Manager bitte entsprechend sichern, nicht nur snapshot-basiert, sondern auch applikationsbasiert aus NSX heraus, wobei uns da aber auch die Manager selber immer darauf hinweisen und sagen, hey bitte, denk dran, machen Backup von mir. Ansonsten, was passiert, wenn ich keinen aktiven Manager habe, das nehmen wir mal an, alle drei Manager sind nicht mehr verfügbar oder ich habe kein Forum mehr, dann letztendlich ist es einfach so, die Data Plane arbeitet weiter, das heißt, Daten können weiterhin transportiert werden, das heißt, die Hosts, die Transport-Nodes machen ihren Job weiter, aber es muss klar sein, ich kann keine neuen Workloads anstarten, beziehungsweise migrieren, denn dazu bräuchte ich die Manager, um eben die verschiedenen Metadaten auszutauschen, die notwendig sind, um den Power-On-Enerfile möglich zu machen oder auch die Migration einer File möglich zu machen. Heißt also, Manager, unglaublich wichtige Komponente für den Betrieb meines Netzwerks. Kurz zum Sizing, wenn ich sage, naja, was muss ich mir denn vorstellen, wenn ich jetzt einen NSX-Manager in irgendeinem einsetzen möchte, was muss ich dafür Ressourcen vorsehen? Grundsätzlich gibt es drei T-Shirt-Sizes, die ich entsprechend deployen kann, Small, Medium und Large, gibt eine ganz kleine Empfehlung, Small bitte nur für POCs verwenden, eigentlich für produktive Workloads immer mindestens Medium vorsehen und auch das nochmal gesagt, ich muss keinen Cluster bauen, ich kann auch sagen, okay, ich verwende einen einzelnen NSX-Manager, das sind dann eine sogenannte Singleton-Konfiguration, heißt, naja, der ist halt dann in sich nicht hochverfügbar, sondern hier verlasse ich mich halt einfach bis 4a, dass wenn der ESX-Host, obwohl der Manager läuft, entsprechend nicht mehr verfügbar ist, dass eben dann bis 4a den Manager und die vor allem einfach woanders neu startet und ich dann einfach warte, bis die vor allem wieder da ist und im besten Fall alles dufte ist und ich mich sofort wieder einloggen und verwalten kann. Kommen wir zur Nachschärfung und Begrifflichkeit der Transport-Nodes. Was sind Transport-Nodes? Naja, wenn wir es ganz technisch betrachten wollen, sind es entweder ESX-E-Hosts oder Edge-Nodes, also das sind die Anteile, die die Data-Plane repräsentieren, also hier werden wirklich dann jetzt Pakete transportiert, hier findet da eigentlich die Verkehr statt. Was ist der Vorteil eben dieser Dezentralisierung, wenn ich sage, okay, jeder ESX-E-Host oder jeder Edge-Node letztendlich ist ein Teil der Forwarding-Plane oder Data-Plane, naja, definitiv wieder ein Skalierungsvorteil, denn wenn ich mit meinem Host in die Breite gehe, habe ich natürlich auch plötzlich mehr Switching-Durchsatz, mehr Routing-Durchsatz, wenn sowohl Switching als auch Routing werden wir nachher auch noch zumindest anteilweise sehen, lebt auch direkt als VM-Kernel-Modul im Hypervisor. Heißt also, jeder Host switcht für sich selbst im ersten Moment und routet für sich selbst im ersten Moment, je nachdem natürlich, wo der Traffic hin muss. Spätestens, wenn der Traffic aus dem Overlay-Netzwerk raus muss, also ich eine Kommunikation habe zwischen Overlay-Netzwerk und Workload im Overlay-Netzwerk und einer Instanz außerhalb, dann habe ich die Edges entsprechend als zusätzlichen Hopp beziehungsweise zusätzliche Komponente, die mit eingreifen, aber grundsätzlich sind erst mal die Themen Switching und Routing komplett im Hypervisor untergebracht, also jeder Hypervisor kann diese Aufgaben direkt selbst aus sich selbst heraus, wenn man so möchte, erbringen. Wie kann man sich das Ganze logisch vorstellen? Na ja, gleich habe ich auf der einen Seite meinen Management-Cluster, der lebt im Management-Netz hier oben und ich habe meine Transport-Nodes, die letztendlich ihre, nicht vergessen, Transport-Nodes ist, wenn wir es einfach halten wollen, gleichbedeutend mit ESXi, die wiederum, meine Hosts, die haben ihre physischen Netzwerkkarten und die letztendlich konfiguriere ich im Rahmen meiner Basisinstallation von NSX für die Teilnahme an einem Oberlin-Netzwerk und für die Teilnahme an einer Transportzone und damit letztendlich sage ich also, hey, diese Netzwerkkarte, diese Interfaces, also Plural, die verwende ich jetzt eben für die Oberlin-Netzwerke. Natürlich, nochmal, vorher auch ganz gut war eine sehr gute Frage, muss ich natürlich darauf achten, dass das Transportnetzwerk natürlich auch wieder entsprechend verfügbar ist, denn das repräsentiert ja in meiner physischen Fabrik dann wieder ein VLAN, was ich dazu verwende, um zu sagen, okay, das ist das VLAN, in dem alle Hosts, alle Transportnodes entsprechend Genief sprechen, um die Dataplane abzubilden, beziehungsweise um den Traffic zwischen den verschiedenen Instanzen zu vermitteln. Wenn wir ein Stück weitergehen, was ist die Grundlage? Eigentlich ist der NBDS beziehungsweise Distributed Virtual Switch, auch hier der Hinweis, der NBDS ist eigentlich eigentlich tot, wenn man möchte, das heißt, ganz klar geht vor allem hier den Switch vom NBDS zum Distributed Virtual Switch, das heißt, auch hier diese Opaque-Objekte, die ich früher im V-Center hatte, die zwar sichtbar waren, aus NSX heraus, aber für mich nicht verwaltbar waren, die gehören jetzt zum Glück der Vergangenheit an, denn seit WIS 4.7 habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich basiere auch NSX komplett auf Basis meines Distributed Virtual Switches, heißt also, ich habe auch aus dem V-Center raus jetzt volle Visibilität über die Segmente, über die grundsätzlichen, übrigens den Aufbau meiner Segmente und kann die auch wirklich theoretisch konfigurieren, heißt also, ich habe jetzt nicht mehr diesen klaren Schnitt zwischen, ja, hier wurde von NSX im Objekt angelegt, das kann ich zwar sehen, aber im Grunde das nicht verwalten, sondern NSX setzt jetzt auch auf die normale Distributed Virtual Switch-Tranologie auf, was mir jetzt aus Vis4-Admin auch die Möglichkeit gibt, eben ganz andere Visibilität auch reinzukriegen innerhalb von dem, was in NSX konfiguriert wurde, das heißt, ich sehe hier dann eben eine ganz normale Portgruppe, der einzige Unterschied ist zusätzlich, dass ich jetzt hier so ein kleines N sehe, damit weiß ich, diese Portgruppe kommt aus NSX oder wurde von NSX angelegt und wenn ich aber auf die Eigenschaften gehe, kann ich trotzdem erst mal grundsätzlich alles sehen, was die Portgruppe an Konfigurationen mitbringt. Schauen wir uns noch ganz kurz an, wie funktionieren das Switching und Routing? Grundsätzlich kann man, also muss man sich erstmal entweder den Vergleich zur Physik holen, oder wie es in der physischen Welt abgibt. Wie funktioniert denn eigentlich in der physischen Welt die Tatsache, wenn ein Switch jetzt die Aufgabe hat, ein Frame weiterzuleiten? Naja, was macht er? Er guckt in sein Mac-Table und schaut, an welchem Port hängt denn die jeweilige Mac, die angefragt ist? Kenne ich die? Wenn ja, super. Wenn nein, muss ich im Zweifelsfall einen Broadcast ausmachen. Dabei ist es ja auch ein Broadcast, was gerade hier ankam. Dann platte ich das an alle Interfaces entsprechend raus, außer auf das, wo das Paket eingeliefert wurde. Das Ganze funktioniert im NSX grundlegend anders, weil wir natürlich auch eine zerteilte Architektur haben und wir glücklicherweise den Fall haben, dass jeder Host einen Teil der Wahrheit bereits kennt. Denn, wenn ich eine virtuelle Maschine anschalte, dann muss ich nicht mehr rausfinden, was die für eine Mac-Adresse hat, denn der Hypervisor weiß bereits, was für eine Mac-Adresse hat denn eine Form. IP-Adressen, theoretisch genau das Gleiche. Ich muss nicht mehr in irgendeiner Form jetzt ermitteln, in welchem Mechanismus noch immer, was habe ich denn hier für eine IP, sondern wir wissen das bereits. Die eigentliche Aufgabe, die wir haben, ist nur dieses Wissen, was jeder Host einzeln für sich in irgendeiner Form von der Welt aufbauen kann, das irgendwo zu zentralisieren und dieses Wissen gesammelt allen Posts, allen Transport-Nodes zur Verfügung zu stellen. Und genau das ist das, was im Hintergrund eigentlich generisch passiert. Jeder Node, also jeder Transport-Node, ermittelt diese Informationen und gibt diese Informationen an die Central Control-Plane, die an die Manager weiter. Und die wiederum konsolidieren diese Informationen von allen Hosts und geben sie an alle wieder weiter. Das heißt, die Manager kümmern sich darum, ein eindeutiges Bild über das gesamte Netzwerk zu bilden und das an die Hosts weiter zu verteilen, sodass eine Konvergenz entsteht. Also alle Hosts das gleiche Bild aufs Netzwerk haben. Wenn wir uns das Ganze kurz anschauen wollen und jetzt nicht erschrecken, sieht wilder aus, als es ist. Das, was wir hier sehen, ist jetzt eigentlich schon der finale Schritt. Fangen wir an mit dem Tab Table. Der Tab Table ist die Zuordnung zwischen welches virtuelle Netzwerk, in welchem Netzwerk-ID, ist erreichbar, über welches Tunnel-Interface. Und am Anfang wird jeder Host von sich aus sagen, also okay, ich habe hier Segmente und ein Segment mit der BNI 73728 und meine Tunnel-Interface-IP ist im Fall vom Host A 10201011. Das weiß ich, also kann ich sagen, wenn bei mir jemand in das Segment 73728 sprechen will, dann erreicht er mich über meine Tunnel-Adresse 10201011. Es ist schön, dass er das selbst weiß, bringt aber den anderen Hosts nichts, weil die müssen es ja auch wissen. Nur dann kann ja in irgendeiner Form überhaupt diese Information, diese Landtate entstehen, welcher Host ist für welches Segment über welche Tunnel-Interface-IP erreichbar. Und was dann passiert ist, jeder Host selbst definiert diese Information für sich und was, und darum sind wir jetzt schon beim Schritt 4, das heißt, wir haben die anderen 3 jetzt eigentlich ausgelassen, diese Information, welche VNIs über welche Tunnel-Interface erreichbar sind, gibt jeder ESXi-Host an den CCP weiter, also an die Central Control Plane, also die Manager und die wiederum bauen eine Gesamttabelle und geben die wieder weiter an alle Hosts. Und was dann entsteht, ist eben das, jeder Host weiß, okay, das Segment 73728 ist erreichbar über folgende Tunnel-IPs. Das heißt, damit ist jedem Host klar, was für andere Transport-Nodes haben denn sonst noch Zugriff auf dieses Segment, also noch Teil dieses Segment, wenn man so möchte, wobei es nicht genau stimmt, weil Teil des Segmentes sind eigentlich direkt betrachtet nur die VMs bzw. der Workload dahin. Aber über diesen Weg kann eben ein ESXi-Host für sich erkennen oder verstehen lernen, welche anderen Tunnel-Interfaces existieren für dieses Segment und wie kann ich die erreichen. Das ist der erste Anteil. Der zweite Anteil, die Mac-Table, weil da waren wir vorhin auch gerade, wir können nicht einfach ein ARP machen und frei broadcasten, um sich dann über ARP entsprechend die Zugriff und die MAC-Adresse zu einer IP zu holen. Wäre ja auch Quatsch, denn wir kennen diese Informationen bereits, denn jeder Host weiß schon von vornherein, welche VM welche Mac hat. Das Einzige, was wir nur schaffen müssen, ist, wir müssen wieder ein gemeinsames Bild erzeugen für alle Transport-Nodes, welche VM mit welcher Mac ist über welche Tunnel-IP erreicht, über welche Tunnel-Landpoint-IP. Und jetzt passiert genau das Gleiche. Jeder Host ermittelt erstmal für sich selbst, okay, bei mir läuft diese VM, hier diese IP, diese MAC-Adresse, ich schreibe einfach mal auf, okay, ich weiß, bei mir läuft diese MAC-Adresse, MAC-1, also die VM, diese MAC-Adresse, die MAC-Adresse der VM-1 und ich selbst bin erreichbar als Tunnel-Endpoint über die 10, 20, 10, 11. Diese Informationen gebe ich weiter an den Manager und genau das Gleiche tun die anderen natürlich auch und jetzt sind wir genau beim Schritt 4, der hier gerade abgebildet ist. Die Manager, die Central Control Plane, konsolidiert diese Informationen, macht wieder eine Gesamttabelle draus und gibt die wieder an alle Hosts weiter. Und damit entsteht auch plötzlich ein Bild für alle Hosts, welche MAC-Adresse von welcher VM ist welche IP erreichbar und damit haben wir eigentlich für zum Beispiel der 2, für Switching, haben wir damit eigentlich schon jetzt diese Information vorhanden, denn das ist das, was wir brauchen. Wir wissen, MAC-Adresse zu IP-Adresse, was muss ich in den Ethernet-Frame adressieren, was muss ich reinschreiben, wenn ich eine VM-XY erreichen möchte und über welche Tunnel Endpoint-IP kann ich diese runter erreichen. Last but not least, der ARP-Table, das heißt, hier geht es sich jetzt noch einen Schritt weiter, hier mache ich jetzt noch das Gleiche, nur mit den IP-Adressen einer VM. Also, ich schreibe wieder mit, jeder Host für sich am Anfang, wenn ich eine VM einschalte, okay, ich weiß, diese virtuelle Maschine bei mir hat folgende IP, ich weiß auch, welche MAC die hat und ich weiß, ich habe diese Tunnel Endpoint-IP, die Information gebe ich weiter an den Manager und ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Genau das Gleiche machen die anderen Hosts auch, geben diese Information wieder weiter an die Central Control Plane, die konsolidiert das Ganze wieder, schickt dieses Update, diese Information wieder an alle Hosts raus und ab dann haben eigentlich alle Hosts jetzt auch die wieder ein gemeinsames Bild. Sie kennen die MAC-Adressen, Sie kennen die IPs der VMs und Sie wissen, über welches Tunnel Interface-IP kann ich die jewelle Get-Man erreichen. Und auch hier sehen wir eben diesen essentiellen, kritischen Part des Central Control Plane. Diese ganze Verteilung der Informationen, welche MAC-Adressen leben, wo und welche Tunnel-IPs sind die erreichbar, läuft entsprechend über die Manager. Ist die Tab-IP ein extra VM-K-Interface? Ja, ist es. Das wird automatisch angelegt, wenn ich entsprechend den Prepare für NSX mache, also wenn ich im NSX-Manager sage, ich möchte folge Transfer-Nodes jetzt konfigurieren. Die Tunnel-Interface-IPs, die Ranges, die verwendet werden, kann ich natürlich auch fest vorgeben, kontrollieren beziehungsweise konfigurieren. Also es ist nichts, dass sich jetzt hier, vor allem wenn in irgendeiner Form oder NSX einfach irgendwelche IPs ausdenkt, sondern die sind auch frei durch mich konfigurierbar. Routing läuft ein bisschen anders ab, denn, naja gut, jetzt haben wir gerade gelernt, wie kann Switching funktionieren. Routing brauche ich, da brauche ich ein bisschen mehr, denn je nachdem, wo ich hin will, reicht es ja nicht aus, dass ich im Zweifelsfall weiß, welche MAC-Adresse und welche IP-Adresse läuft, über welche Tunnel-Endpoint-IP oder kann ich über welche Tunnel-Endpoint-IP reichen. Wenn ich routen möchte, gibt es grundsätzlich innerhalb von NSX zwei Arten von Gateways. Einmal, das ist Tier 1 Gateway. Ein Tier 1 Gateway ist dafür da, Routing zwischen Segmenten zu ermöglichen. Heißt also, hier sehen wir es, ich habe hier eine Tier 1 Gateway und an diesem Tier 1 Gateway hängt dieses Segment blau, gelb und dunkelblau ist es. Segment ist gleich gleichbedeutend übrigens mit IP-Segment oder mit LR2 Domain. Machen wir mal IP-Segment draus, das ist besser treffend. Und das Tier 1 Gateway letztendlich macht nichts anderes als zwischen diesen Segmenten intern zu routen. Das heißt, solange der Traffic nur innerhalb des Oberlin-Netzwerks hin und her wandern muss, reicht mir ein Tier 1 Gateway. Wenn ich aber sage, ich muss in irgendeiner Form in die große weite Welt sprechen, dann reicht mir das ja nicht mehr. Ich meine, es ist schön, dass die ESX-Hosts untereinander über Return-Landpoint-IPs, über die Geneve-Tunnel in irgendein Form Traffic hin und her klicken können, aber ich brauche irgendeinen Uplink nach außen. Und genau der wird entsprechend ausgeprägt über sogenannte Tier 0 Gateways. Und Tier 0 Gateways sind Instanzen, die auf dann den NSX-Edges laufen. Heißt also, wenn ich ein Tier 0 Gateway in irgendeiner Form erzeugen möchte, brauche ich zwingend automatisch auch sofort Edge ist, denn das sind die Instanzen, die dann überhaupt die Möglichkeit haben, über dynamische Routing-Protokolle zum Beispiel meine Anbindung nach außen an meine Routing-Infrastruktur vorzunehmen. Heißt also, was wir uns erst mal merken sollen, ist, Routing passiert in NSX eigentlich über zwei Arten von Gateways, Tier 0 und Tier 1. Tier 1 Gateway kommt zum Einsatz bei Routing zwischen den Segmenten, East-West-Traffic. Tier 0 Gateway kommt zum Einsatz, wenn geroutet werden muss, zwischen den Oberlin-Netzwerken und der Auswelt-Ment-Faulern-Faulern-Faulern-Netzwerk, also Nord-Tau. Grundsätzlich kann ich natürlich dann diese unterschiedlichen Router miteinander verbinden. Das heißt, ein Tier 1 Gateway hat einen Uplink zum Tier 0 Gateway und das Tier 0 Gateway kann dann zum Beispiel BGP sprechen mit meinen physischen Routern, um dann entsprechend die Routing-Informationen auszutauschen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn ich hier neue Segmente anlege, bitte gib du diese Information automatisch ans Tier 0 Gateway weiter und er soll über BGP diese Routen auch entsprechend direkt wieder ins physische Netzwerk weitergeben. Das heißt, ich habe hier eine End-to-End-Weiterleitung oder eine End-to-End-Verteilung der Routing-Informationen. Das heißt, im besten Fall eigentlich auch, wenn ich ein Segment anlege, sämtliche Informationen, die notwendig sind, um das Segment dann wirklich auch zu erreichen von außen, sofort automatisiert durch die Infrastruktur über Tier 1, Tier 0 in meine physische Welt gelangt. Ich habe die Zeit geguckt. Okay, ich sehe schon. Da muss ich vielleicht ein bisschen Gas geben, ansonsten möchte ich doch noch zur Mittagspause. Routing habe ich gerade angesprochen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, grundsätzlich ist interessant zu sagen, dass eigentlich Routing implementiert ist über sogenanntes Distributed Routing. Das heißt, jeder e6e-Host hat eigene Module, die im Körner laufen, die das Routing also direkt intern vornehmen. Das heißt, wo immer entschieden wird, ist denn das Ziel, das jetzt angesprochen werden muss, im besten Fall vielleicht sogar bei mir gerade selbst, also laufen die beiden VMs, die gerade in unterschiedlichen Segmenten sind, im besten Fall bei mir selbst auf dem gleichen Host, dann ist das einfach. Wenn ich sage, die laufen aber auf dem anderen Host, na gut, dann ist das Tier 1-Gateway auch in der Lage zu sagen, okay, dann muss ich das Ganze über Geneve an die jeweiligen Landpoint-IP schicken oder wenn ich feststelle, ich kann es überhaupt nicht erreichen, es muss nach außen, dann schicke ich das Ganze ans Tier 0-Gateway. Und auch hier das Tier 0-Gateway, was auf den Edges läuft, besteht eigentlich, wenn man es genau betrachtet, aus zwei Anteilen, den Distributed Router und den Service Router und die spielen zusammen, um diesen Routing-Vorgang vorzunehmen. Ist jetzt hier nicht so ersichtlich, aber man kann sich mal, den Service Router lassen wir jetzt einfach mal außen vor, ganz bewusst. Wir stellen uns einfach vor, es gibt auf jedem E6E-Host definitiv eben auch noch einen Tier 0-Distributed Router und der kümmert sich dann darum, dass das Paket, was eben aus dem Overlay raus muss, in die physische Welt, dass das dann entsprechend über die Edges in die physische Welt geleitet wird. Was sind die Edges? Auch hier letztendlich habe ich jetzt schon lange darüber gesprochen, die Edges sind die Schnittstelle zwischen Overlay- und Fahrland-basierten Netzwerken und die sind der Dreh- und Angelpunkt für Nord-Süd-Verkehr, also wirklich für Verkehr aus dem Overlay, raus in die physische Welt oder umgekehrt aus der physischen Welt, aus meiner VLAN-based Backed-Welt ins Overlay-Netzwerk. Gleichzeitig sind es auch die Plattformen für verschiedene Service, die ich eigentlich auf den Transport-Nodes so nicht verteilen kann, während zum Beispiel zu den NAT-Routing, VRF, VPN, das sind alles Dienste, die kann ich nicht im Hypervisor verteilen, die laufen dann wirklich wieder in Abhängigkeit der Konfiguration auf den Edge-Nodes und sind da letztendlich eigentlich dann beheimatet. Interessant zu wissen ist, dass diese Edge-Files, diese Edge-Nodes, sowohl als virtuelle Maschinen als auch per Metal ausprägen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich merke einfach, ich brauche mehr Durchsatz oder ich habe gerade Latenzprobleme im Übergang von meinen Overlay-Netzwerken ins physische Netzwerk, wäre definitiv auch möglich, zu sagen, okay, die VMs reichen nicht, ich versuche, es per Metal abzubilden. Hier gibt es dann von VMware ein fertiges Image, was ich auf einer per Metal-Hardware installieren kann und dann einen physischen Server zum Edge machen kann. Auch hier gilt wieder das Gleiche, gibt es ganz klare Konfigurationsvorgaben von VM, welche Hardware ist erlaubt oder zertifiziert, was muss beachtet werden, etc. Aber einfach im Hinterkopf behalten, dass die Edge-Node eigentlich sowohl als VM als auch per Metal ausgeprägt werden kann und wirklich eine essentielle Rolle spielen in der Art und Weise, wie NSX funktioniert, denn das ist die Brücke, die wir haben von unseren virtuellen Netzwerken in unsere physische Welt. Funktion, auch hier glaube ich, habe ich schon viel vorweggenommen, nämlich die Möglichkeit, dass ich Tier 0 beziehungsweise Tier 1 Gateways bauen kann. Wenn Sie in die Außenwelt sprechen müssen, ist es logisch, die haben dann bildlich gesprochen Beinchen in beide Welten. Die haben einen Uplink in Richtung V-Line-Base Netzwerke, also meine Upstream-Router oder Upstream-Fabrik, als auch ein Beinchen, das ist dann der Anteil hier unten, in Richtung Overland-Netzwerke. Da kann man sich wirklich erst genauso vorstellen, dass auf dieser Komponente, auf diesen Komponenten, wenn wir das Cluster betreiben können, die aggregieren eigentlich den Verkehr, der von außen nach innen muss oder von innen nach außen. Damit ist ja auch hier klar, dass ich die über die Zeit auch immer wieder nachwachsen lassen muss, denn wenn mein Workload extrem wächst auf der einen Seite, werden irgendwann die Edge natürlich auch nachwachsen müssen, um diesen Verkehr auch noch standzuhalten. Sizing, nochmal, auch hier gibt es wieder verschiedene Ansätze bzw. verschiedene Empfehlungen seitens von MWRM-Char zu sagen, naja, je nachdem, was du für Features einsetzen möchtest, würde ich dir folgende Größenordnung empfehlen, ein Benutzerinformationen, das würde ich jetzt einfach kurz sparen. Und ansonsten, hier sehen wir auch das nochmal, was ich vorher schon mündlich angeteasert habe, letztendlich besteht auch ein Tier-Null-Router aus dem Distributed-Router und dem Service-Router und je nachdem, wenn ich also feststelle, ein Traffic muss raus aus dem Overlay-Netzwerk, weil das Ziel außerhalb liegt, dann letztendlich beginnt der Hypervisor und der Weg eigentlich so, dass die eigentlich virtuelle Maschine im Hypervisor das Ganze an sein Gateway schickt, was wiederum der Tier-1-Gateway seines Segments darstellt. Dann letztendlich stellt der Distributed-Router fest, okay, das ist kein Overlay-Netzwerk, das muss nach draußen, kürzt es einfach ab und schickt das Ganze dann als Genief-Paket zum Edge-Node und der wiederum geht dann her, nimmt das Ganze und schickt es in die physische Welt. Natürlich wird vorher dann der Genief-Header removed, also der Header letztendlich, der Enkapsulierung wird weggenommen, denn wenn ich das Ganze als Übergang in meine faulandbasierte Welt schicke, die wissen ja nichts von Genief, die wissen ja nichts von diesen virtuellen Netzwerken, dann geht dann nehme ich den Genief-Header raus und schicke quasi ein reines, normales Ethernet-Paket. Dann schauen wir uns ganz kurz an das Zusammenspiel von NSX mit Visio mit Tansu, was auch unglaublich spannend ist, denn man wird es nicht bemerken, das ist das Schöne eigentlich, wenn ich Visio mit Tansu einsetze und habe die ganzen Netzwerkanforderungen, die ich eigentlich brauche im Container-Umfeld, dann hilft mir NSX im Hintergrund unglaublich, dahingehend, dass ich mich um manche Dinge, die ich im Comandals-Umfeld sonst eigentlich händisch erst mal installieren oder Panty übernehmen müsste, eigentlich überhaupt gar nicht brauche. Was soll das bedeuten? Fangen wir kurz noch mal vorne an, was ist überhaupt Visio mit Tansu? Tansu letztendlich ist eigentlich jetzt die Produktifizierung von Project Pacific, was letztendlich das Projekt von Vmware war, um Visio als bis dahin eine kleine Vm-Plattform containerfähig zu machen. Das heißt, man hat die Qualities-Logik genommen und hat diese letztendlich in Visio integriert, um damit die Möglichkeit zu bieten, sowohl Vm-based Workloads als auch Container-based Workloads direkt auf Visio auszurollen, zu verwalten und entsprechend zu betreiben. Das Ganze wirklich gibt es wieder in verschiedenen Varianten, einmal wirklich mit Visio mit Tansu beziehungsweise auch Tansu Kubernetes Grid, das wäre letztendlich dann das Schwesterprodukt, das ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber je nachdem, was ist meine Ausgangslage. Grundsätzlich geht es erst mal nur darum, um zu verstehen, ich habe die Möglichkeit, über Visio über die Funktion des Workloads-Management eben ein Visio-Clusters dahingehend zu befähigen, dass er auch API-basiert über wirklich ganz normale Kubernetes-API-Mechanismen in der Lage ist, Container auszurollen, Pods auszurollen und diesen dann direkt auch wirklich ganz normal betreiben zu lassen beziehungsweise zu instanzieren. Der eigentliche Benefit, der hier entsteht, ist, ich kann eigentlich meinen Developern hier wirklich durch das Anlegen von Namespaces, die ich vorher anlege und spezifiziere, eigentlich eine komplett freie Hand lassen, nämlich sage, bitteschön, du kannst hier ganz normal mit deinen Kubernetes-Werkzeugen, mit deinem YAML-Manifest alles spezifizieren, was du brauchst, an Storage, am Netzwerk und so weiter und Visio als Plattform beziehungsweise Tansu im Hintergrund kümmert sich darum, das Manifest und alles, was drin steht, exakt so umzusetzen und der Zuhilfenahme von den Technologien, die wir zur Verfügung haben, sei es im Storage-Umfeld zum Beispiel Vsan oder im Netzwerk-Umfeld zum Beispiel NSX. Wie gesagt, grundsätzlich habe ich zwei Geschmacksrichtungen, entweder kann ich Visio-Ports verwenden, was letztendlich eine VMware-eigene Logik ist, um Container beziehungsweise eine eigene Technologie ist, um Container laufen zu lassen, das sind letztendlich die eigene Container-Runtime mit dem Namen CRX, die dann gestartet wird im Hintergrund oder wenn ich sage, okay, ich möchte aber das Ganze so upstream-compliant mit Kubernetes haben, wie möglich, dann kann ich auch eigene Tansu-Communities-Grid-Cluster ausrollen, die dann wieder bestehen aus eigenen virtuellen Maschinen, die dann, wie wir es klassisch aus Kubernetes kennen, eben aus Control-Nodes, worker-Nodes und Control-Nodes ausgeträgt und dargestellt werden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, für was brauche ich das überhaupt, was bringt mir das? Nochmal, ich habe es gerade schon auch wieder weggenommen. Eigentlich möchte ich mit Visio-With-Tansu sicherstellen, dass ich Visio als Plattform so platzieren kann oder in meinem Unternehmen so einsetzen kann, dass ich beide Welten miteinander verheirate. Das, was wir bisher kennen, nämlich meine virtuellen Maschinen mit allem drum und dran, mit den Lifecycle-Werkzeugen, mit den Technologien, die wir kennen und lieben, wie Motion, Storage, Motion, etc. und gleichzeitig aber auch meinen Developern die Möglichkeit des Sales-Services zu geben und die sagen kann, okay, pass auf, ich gebe dir hier den Kubernetes-Endpoint, der sieht für dich nach außen auch genauso aus, du kümmerst dich darum, deine Applikation entsprechend in deinem Manifest runterzuschreiben oder so zu definieren, wie du es brauchst und ich gebe dir mit Visio oder mit Visio-With-Tansu die Möglichkeit, über den Tenzu-Kubernetes-Service dir die Möglichkeit zu geben, dann das Ganze auch zu deployen. Also ich möchte meinen Developern eigentlich damit mehr Macht an die Hand geben, ohne gleichzeitig die Kontrolle zu verlieren, weil ich natürlich immer noch die Möglichkeit habe, durch die Bildung oder Konfiguration von Namespaces ganz klar festzulegen, was darf der Developer, was darf er nicht, welche Ressourcen darf er angreifen und welche nicht. Heißt also, ich möchte mir ein Stück weit auch die Arbeit dadurch leichter machen, dass ich nicht speziell für meine Development-Abteilung jetzt eigene Kubernetes-Cluster irgendwie aufbauen muss, die komplett getrennt vom ganzen Visio-Ökosystem laufen, getrennt von den Werkzeugen, die ich sonst kenne und liebe, sondern, dass ich die komplett in Visio-Version als gemeinsame Plattform integriere. Das ganz kurz noch mal zum Hintergrund, was ist Visio-With-Tansu? Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, und wo spielt denn hier jetzt NSX überhaupt eine Rolle? Naja, irgendwo logisch, auf der einen Seite auch Container brauchen irgendwo Netzwerk-Konnektivität und im besten Fall sollen sie auch mit Security-Services abgesichert werden. Was nicht sichtbar ist, ist, naja, wenn ich über Visio-Version oder wenn wir den Developer über Visio-Version entsprechend Applikationen bereitstellen, passieren über NSX unglaublich viele Dinge im Hintergrund, die ich sonst, wenn ich jetzt komplett weg vom Visio-Ökosystem wäre, eigentlich selber bereitstellen müsste. Low-Balancing-Instanzen, Ingress-Objekte Beteilung der Routing-Informationen um dann wirklich auch die Services, die ich entsprechend in Kubernetes definiert habe, auch wirklich verfügbar zu machen. Und genau hier hilft mir eben NSX unglaublich, weil das automatisch im Hintergrund erfolgt und ich gleichzeitig durch diesen Mechanismus, der hier passiert, auch eine komplette Integration meiner Container-Umgebung in NSX vornehmen kann. Und hier glaube ich, wird jetzt auch zum Benefit klar, meine Container sind bis jetzt immer, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich NSX jetzt mal ausklammer, und wirklich nur rein Vanilla-Kumanities nimm. Sind eigentlich, sind eigentlich immer komplett so ein bisschen unter dem Radar geflogen, was das Thema Netzwerk angeht oder auch Security. Wenn ich sage, die basieren auch komplett von der Netzwerk-Konnektivität und von Security-Service auf NSX, dann habe ich plötzlich die Visibilität auch meiner Container-Workloads plötzlich in NSX als zentrale gemeinsame Plattform. Und ich kann auch sagen, okay, ich integriere nicht Tanzu-Cluster. Also wirklich, auch wenn ich sage, okay, ich habe jetzt bei mir gerade die Infrastruktur Plain-Vanilla-Kumanities-Cluster gebaut. Dann kann ich trotzdem durch das sogenannte NCP, das NSX-Container-Plugin, eine Anwendung und Integration in NSX vornehmen. Heißt also, auch NSX gibt mir die Möglichkeit, nicht nur VM-basierte Workloads abzusichern, sondern auch Container-basiert, indem ich wirklich einfach die Container durch die Verwendung entweder von Tanzu direkt oder von NCP und Endware das Ganze in NSX direkt integriere. Wie sieht das Ganze dann aus? Naja, ich denke, kann man sich grundsätzlich schon vorstellen. Ich habe hier unten NSX als meinen zentralen Netzwerk-Hypervisor und ich habe letztendlich jetzt eine Plattform, über die alle ihre Netzwerk-Konnektivität und ihre Security-Services konsumieren. Also ich bin hier oben, steuere zentral alle Netzwerk- und Security-Operationen und egal, ob ich jetzt hier Tanzu-basierte Kubernetes-Workloads habe, Vanilla-Kubernetes, also eigene Kubernetes-Instanzen außerhalb von Tanzu oder OpenShift, ich habe die Möglichkeit, alle meine Security-Anforderungen, Richtlinien, Policies zentral auf alle anzuwenden, unabhängig davon, welche Plattformen sie laufen. Und das ist der ganz große Benefit, der im Zusammenspiel von NSX mit WeSuite-Tenzu, jetzt im konkreten Fall, aber natürlich auch mit anderen Container-Plattformen hier ermöglicht wird. Vor allem das Thema Load-Balancing spielt ja wirklich im Bereich von Kubernetes eine unglaublich große Rolle. Auch hier gibt uns eben NSX zwei Load-Balancer gerade an die Hand. Der eine ist der Integrated Load-Balancer, der jetzt dann abgekündigt wird, bereits zumindest als Deprecated entsprechend deklariert worden ist, als auch der neue, der NSX Advanced Load-Balancer auf Basis von EWI. EWI Networks, auch ein Zukauf von VMware vor zwei Jahren, drei Jahren, auch hier müsst ihr wieder lügen. Aber grundsätzlich einfach hier, um es schon mal zu hören, NSX selber bringt in Zukunft den neuen NSX Load-Balancer mit, den ALP, den Advanced Load-Balancer auf Basis von EWI. Und grundsätzlich, was tut der? Na ja, das gleiche, was ein Load-Balancer vorher auch getan hat, nämlich NSX kümmert sich automatisiert darum, alle Load-Balancing-Instanzen bereitzustellen, die notwendig sind, um den Service, der in Kubernetes definiert worden ist, im Manifest verfügbar zu machen, über die IP, über die Ports, die in meinem Manifest entsprechend deklariert wurden. Und wenn ich dann denke, dass ich das sonst alles selber hätte machen müssen, ist das ein unglaublich großer Vorteil. Heißt also, wenn ich mir das Ganze jetzt immer aus NSX-Sicht anschauen möchte, aus Management-Sicht, habe ich hier eben in NSX über Inventory, über Containers, eben auch jetzt eine Sicht auf meine Container, auf meine Cluster und sehe hier auch, okay, wie viele Nodes sind im Cluster beteiligt, also wie viele Nodes besteht dieser Cluster, wie viele Pots werden da betrieben, wie viele Service-Objekte sind da momentan aktiv und logisch, und wenn ich sie jetzt in NSX-Sichtbar habe, kann ich natürlich auch sagen, im Firewall-Umfeld kann ich auch jetzt ganz klar definieren, wer darf mit wem reden, welcher Pod darf mit wem reden, mit welchem Portal darf kommuniziert werden. Das ist auch eben dieser unglaublich großer Vorteil und Mehrwert, der entsteht. Ich habe nicht nur eine Visibilität in meine VMS, sondern jetzt auch in meine Container, egal auf welcher Plattform die laufen, ob die in Tanzu laufen, in Red, in OpenShift oder in Vanilla Kubernetes mit Entry. Das Referenzdesign, nochmal, so kann es insgesamt aussehen, würde jetzt einfach kurz außen vor lassen, habe ich, glaube ich, jetzt schon an vielen Stellen zumindest so standardmäßig ein bisschen angekratzt, wie ich es hier unten ist. Ich habe letztendlich meine virtuellen Netzwerke und ich habe eben die verschiedenen Komponenten, die ich auf Basis von Tanzu mit einsetzen kann, um sowohl security-seitig entsprechend meine Policies durchzusetzen, als auch das Thema Authentifizierung mit Pinipad zum Beispiel umzusetzen, um in irgendeiner Form auch Logs beziehungsweise Monitoring betreiben zu können. Das letztendlich ist aus Sicht von vor allem eine Referenz-Architektur, die man potenziell so anstreben kann, dass ich sage, ich habe einen Kubernetes Grid und der letztendlich zieht sich aus allen Ecken des VMware-Portfolios die notwendigen Dienste, um a, Netzwerk-Virtualisierung perfekt konsumieren zu können, um Security zu implementieren, als auch Sichtbarkeit der Workloads über z.B. Time-Source-Obsurability zu ermöglichen. Und natürlich auch im Service-Mesh, dass ich sage, ich definiere, welche Services dürfen überhaupt wie miteinander reden, was tun die überhaupt, etc. So, NSX-Fireballing, auch noch ein kleines Thema. Wie liegt es in der Zeit? Okay, ich sehe schon, könnt, ja, kommen wir hin. Vielleicht überziehe ich ein bisschen, das muss ich jetzt schon vorweg schicken, aber ich verspreche, wir haben es bald. Ich hoffe, es ist trotzdem noch interessant, zumindest die verschiedenen Einzelteile und Aspekte von NSX ein bisschen zu betrachten. Grundsätzlich, warum interessiert mich das Thema Fireballing überhaupt? Ich denke, da brauche ich Ihnen nichts erzählen. Sie alle sind wahrscheinlich wirklich tagtäglich mit dem Betrieb konfrontiert, sind mit Sicherheitslücken konfrontiert, wo in irgendeiner Form die Verbändigkeit besteht, zu gucken, wie kann ich besser absichern, wie kann ich es möglich machen, dass ich vielleicht nicht wirklich jedem, jeder Attacke oder jeder Softwarelück hinterherlaufen muss, wie kann ich mich selber besser abstimmen? Und hier letztendlich war bisher immer, wenn man den Zero-Trust-Ansatz, der jetzt gerade ganz stark überforciert wird, mal außen vor lässt, war immer eigentlich so der Gedanke, okay, es gibt einmal das böse externe Netzwerk wie das böse Internet und es gibt das internene Netzwerk und das ist sicher, das ist gut, da brauche ich mir jetzt nicht viel Gedanken machen, da ist alles safe. Das Einzige, was in irgendeiner Form zwischen beiden Welten steht, ist meine Fireball und die regelt das schon. Die konfiguriere ich einmal sauber, dann passt das schon und gut ist es. Was wir aber, glaube ich, bei allem mehr oder weniger schmerzlich, entweder, also hoffentlich nicht selbst gelernt haben, aber beobachtet haben über die verschiedenen Cyber-Attacken und sonstigen Glitches, die es gab, dass inzwischen eigentlich die Bedrohung nicht mehr irgendwie von außen kommt im Sinne von jemand hackt sich durch die Fireball oder irgend so was, was komplett irrsinnig ist, sondern die eigentliche Gefahr kommt eher von innen, nämlich die Tatsache, dass ich in meinem Netzwerk eventuell Angriffsflächen habe, die von innen Angriffsflächen öffnen, um dann von außen Attacken durchzuführen. Heißt also, ich muss mir ein Stück weit überlegen, vielleicht ist es gar nicht so, dass ich pauschal sagen kann, extern ist böse, intern ist gut, vielleicht würde ich generell sagen, ich vertraue nicht zu niemandem und ich versuche einfach auch meine internen Services, obwohl sie intern sind, so abzuschotten, dass nur die Kommunikation überhaupt erlaubt ist, die essentiell notwendig ist und ich nochmal über Mechanismen, die an dem Workload selbst hängen, mir eine Möglichkeit geben, genauer anzuschauen, was passiert denn da eigentlich. Und genau das ist so die Grundlage des Zero Trust Ansatzes, also zu sagen, okay, nur weil es intern ist, ist es nicht automatisch sicher, ich überlege mir, wie kann ich denn meine Applikation vielleicht noch ein gradularer absichern. Und genau hier sind wir wieder eigentlich beim Punkt der Zero Trust Denke beziehungsweise auch der Micro Segmentation, dass ich also sage, hey, wenn ich schon Netzwerk Hypervisor habe, auf dem alle aufsetzen, dann verwende ich doch auch die Firewalling-Techniken, die da sind und setze direkt am Workload an. Ich gehe also nicht mehr her und habe nur eine zentrale Stelle, an der ich reglementiere, sondern ich reglementiere da, wo der Traffic entsteht, nämlich an den Workload selbst. Und genau das ist auch die Idee, hinter dem NSX Firewalling zu sagen, okay, wir sind ja eh eigentlich an der Quelle, wir sitzen an den virtuellen Interfaces der jeweiligen Ports oder der jeweiligen VMs, lasst uns doch hier auch an der Stelle überlegen, wie können wir Security so weit dynamisieren, dass es da default wird, dass ich im besten Fall auch wirklich im operativen Geschäft gar nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern schon wirklich, sobald die neue Firewall-Workload deployed wird, es vielleicht im besten Fall schon Standardregelwert gibt, was automatisch einfach angewendet wird. Und genau hier letztendlich setzt das NSX Firewalling an oder bringt das NSX Firewalling einen großen Benefit. Ich kann also sagen, okay, ich reglementiere den Traffic da, wo er entsteht, nämlich an den VMs, an meinen virtuellen Workloads. Und ich möchte eigentlich sicherstellen, dass über den gesamten Lifecycle meines Workloads die Security immer mit sich mit verändert. Dass ich also sagen kann, ich passe eine Policy an, weil ich sage, ich muss irgendwo nachhärten, dann mache ich das an einer Stelle ein einziges Mal und automatisch sind alle Workloads sofort da mit dieser neuen Richtlinie, mit dieser neuen Einschränkung versehen. Und das Geniale ist, da NSX ja am D-Center hängt, habe ich unglaublich viel Einblick auf die Eigenschaften einer VM. Ich muss nicht nur, oder nicht wie früher hergehen, und sagen, ich kann nur auf Basis der IP in irgendeiner Form entscheiden, was denn erlaubt sein soll und nicht erlaubt sein soll. Denn eine IP-Adresse kann sich ändern, muss man auch ehrlich sein. Und dann gelten die im schlimmsten Fall nicht mehr, sondern ich habe die Möglichkeit, eben auf Basis von Tags, auf Basis der VM als Gesamtobjekt, auf Basis des Namens der VM, hier wirklich einfach standardmäßig dynamisch Regeln anzuziehen. Heißt bei NSX Dynamics Group Inclusion und ich habe hier eben einfach als Beispiel die Möglichkeit, über verschiedenste Eigenschaften zu entscheiden, was möchte ich oder über welchen Weg soll eine VM, kann natürlich auch ein Container und ein Pod sein, in eine Gruppe kommen und welche Wireball-Regeln sollen dafür gelten. Und ich kann hier Regeln formulieren und sagen, Virtual Machine Tag Equals Web würde bedeuten, alle Virtual Machine in meinem V-Center das Tag Web haben, würden automatisch eine gewisse Policy zugewiesen bekommen in NSX und es würde bestimmte Regeln gelten. Und das ist genau die Denke, glaube ich, wo NSX mir auch unglaublich helfen kann, weil ich durch genau sowas, Tag ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass ich eben sagen kann, okay, ich muss eigentlich Security auch zu einem Automatismus machen. Nicht, dass jemand dran denken muss im Sinne von, oh, ich muss noch dran denken, den in die Firewall-Gruppe aufzunehmen oder oh, ich muss noch dran denken, ein Ticket zu eröffnen, sondern ich lege den Workload an und der Workload kümmert sich selbst drum, entsprechend in eine passende Gruppe zu kommen oder in ein in den Firewall-Regel wegzukommen, was zumindest eine Grundhärtung vornimmt. Und wenn ich das schon habe, habe ich schon, glaube ich, schon unglaublich viel gewonnen, weil dadurch ist sichergestellt, dass eigentlich meine Workloads alle schon mal einem gemeinsamen Standard folgen. Dass ich dann natürlich pro Workload nochmal unterscheiden muss und sagen muss, ja, aber die braucht ein bisschen mehr oder die muss hier noch hin kommunizieren. Vollkommen klar. Aber ich glaube, so eine gemeinsame Baseline zu definieren und die entsprechend dynamisch einfach wirklich anwendbar zu machen, in der Form, dass ich selbst als VisVie-Admin da gar nichts mehr tun muss, weil ich einfach nur das Text setze und damit jetzt für mich die Sache erledigt, ist, glaube ich, ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Wie funktioniert das Ganze dann, wenn ich so eine Policy entsprechend definiere? Naja, auch hier gibt es eigentlich nur, ganz kurz zur Erklärung, eben wieder die zwei Komponenten. Es gibt die Central Control Plane, die Local Control Plane und wenn ich entsprechend Regelwerke hier über die GUI über REST API basiert, wie auch immer, in den NSX-Manager-Cluster oder auf einen Manager einbringe, werden diese Regelwerke entsprechend dann in die passenden Objekte und Regeln angewendet und dann auf die LCPs verteilt. Was will ich damit sagen? Jede Änderung, die ich vornehme, gilt sofort für alle Workloads auf den jeweiligen Transportnodes. Das ist auch ein unglaublich großer Vorteil. Ich kann das wirklich in Sekunden eigentlich wirklich Netzwerk-Security-Anpassungen vornehmen, ohne dass ich dafür jeden einzelnen Workload betrachten und anfassen muss. Wo kann ich überall Firewallen? Auch hier, glaube ich, zu einem haben wir die Distributed Firewall, die entsprechend an den virtuellen Maschinen ja beheimatet ist, wenn man so möchte, weil jeder Hypervisor hat selbst eben die jeweiligen Module geladen. Das heißt, jeder Hypervisor selbst ist so gesehen auch ein Anteil der Firewall. Und ich habe aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, zu sagen, an den Gateways, also an den T1 oder T0, an den Gateways, setze ich auch nochmal Firewalling ein, also den Übergang von Overlay in VLAN-Backed oder in mein normales Netzwerk zu steuern und zu reglementieren. Und ich kann gleichzeitig auch an diesen Stellen auch nochmal externe Services entsprechend mit einsetzen. Ich kann sagen, hier zum Beispiel habe ich jetzt einen dritten Anbieter-Hersteller, wo ich IDS, IPs mache. Ich sage zum Beispiel, ich habe hier Betrenn-Mikro oder was auch immer, die nochmal den Traffic dann bekommen und hier auch nochmal Analyse vorhanden können, um IDS, IPs zu machen. Auch hier letztendlich werden wir aber gleich jetzt noch inzwischen sehen, dass auch VMware hier inzwischen Lösungen am Start hat beziehungsweise Lösungen im Portfolio hat, wo auch diese Funktionen aus sich heraus direkt zu deployen über die erweiterte Lizenz beziehungsweise über die Application-Plattform von NSX. Die schauen wir uns jetzt noch entsprechend an, die Advanced Security Services. Nochmal ein paar Bausteine letztendlich, wo man sieht, okay, VMware setzt wirklich ganz viel drauf zu sagen, okay, wenn wir schon in der Mitte sitzen, also wirklich den kompletten Netzwerk-Traffic der gesamten Fabrik kennen und sehen können, wie können wir das dann schaffen, wirklich noch mehr Sicherheit zu generieren, indem wir weitere Produkte beziehungsweise weitere Schnittstellen bieten, mit denen wir Analyse betreiben können, um zu erkennen, gibt es gerade einen Angriff, wo findet der statt, in welcher Phase ist der, beziehungsweise sogar dann auch zu analysieren, welche Netzwerkkommunikation macht denn überhaupt zwischen Systemen Sinn und kann ich das Regelwerk vielleicht automatisiert auch darauf anpassen. Grundsätzlich nochmal, das Security-Portfolio bei VMware ist wirklich auch über die Jahre deutlich gewachsen, wird jeder von Ihnen auch mitbekommen haben, letztendlich, dass VMware immer sehr viel Zukäufe auch tätigt, vor allem auch im Security-Umfeld, hat man gesehen, im Fall von Carbon Black, im Fall von Estevan, war es Valero, dann letztendlich der Advanced Load Balancer AV, dann Good Workspace One, nicht das klassische Security-Produkt, aber auch letztendlich vor allem im End-User-Computing-Umfeld eine zentrale Instanz, um auch nochmal Zugriffe zu reglementieren. Also ich möchte nur sagen, auch VM, wer letztendlich investiert in das Thema Security, immer und immer mehr und legt immer mehr einen Fokus drauf und versucht wirklich diese verschiedenen einzelnen Produkte und die Intelligenz, die sie haben, immer mehr zusammenzuführen, um für uns eine zentrale Datenbasis zu haben, um auf Basis der Workloads, die wir betreiben, zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht beziehungsweise wo sollten wir reglementieren und wenn in irgendeiner Form was abnormal passiert, wir sofort direkt eingreifen beziehungsweise auch NSX automatisch eingreift. Letztendlich kommen wir auf die NSX-Application-Plattform zu sprechen. Das ist eine Erweiterung von NSX, ist eine Container-Based-Plattform, die ich zusätzlich zu NSX entsprechend deployen muss, ist auch eine eigene Lizenzierung, eine eigene Lizenzierung notwendig und besteht grundsätzlich aus drei Paketen NSX-Intelligence, Network Detection Response und Malware Prevention. Wie gesagt, Microservice-basiert kann ich entweder auf einem Tanzu-Komunetis-Grid-Cluster laufen lassen oder wenn ich selbst einen eigenen Komunetis-Cluster habe, kann ich natürlich auch auf meinem Komunetis-Cluster ausrollen. wichtig ist nur das Verständnis, ist komplett eigens getrennt von NSX, läuft eben auf einer Komunetis-basierten Plattform und erweitert NSX um eben diese drei Services, die eben einen unterschieden Fokus, einen unterschiedlichen Spektrum abbilden. Genau, grundsätzlich wie gesagt, habe ich gerade alles dummerweise schon jetzt vorbeikommen. Du hast vergessen, nein, passt, genau, grundsätzlich wichtig ist nur zu verstehen, muss extra lizenziert werden und ist ein Microservice, der dann NSX erweitert und wenn wir uns anschauen und auch hier nur mal einen Einblick zu bekommen, was ist NSX Intelligence. NSX Intelligence, wie der Name sagt, integriert sich dann in den NSX Manager und ich kann hier über Discover und Take Action automatisch mir erst mal anzeigen lassen, was für Flows es gibt, also welche VMs kommunizieren die untereinander und er zeigt mir automatisch, was wurde denn von der Firewall erlaubt und was wurde nicht erlaubt. Was mir schon mal einen guten Einblick gibt zu erkennen, ist das überhaupt normal, was da passiert beziehungsweise warum wird es geblockt oder warum ist es erlaubt, je nachdem, was ich suche. Der eigentliche Part, der dann noch interessanter ist, ist neben der Tatsache, dass ich erst mal sehen kann, wer spricht mit wem und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, ist eigentlich der Anteil, dass ich analysieren lassen kann, okay, über welche Ports, über welche Schnittstellen sprechen denn die VMs eigentlich untereinander und auf dieser Basis dann sagen kann, okay, auf das, was du jetzt gerade gesehen und gelernt hast, was würdest du mir an Firewall-Regelwerk empfehlen, um exakt nur das zu erlauben, was diese Applikation hier gerade tut. Das sind wir genau beim Zero Trust-Ansatz. Ich erlaube nur noch das, was essentiell notwendig ist, um einen Service zu betreiben und jeder von uns, nehme ich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte es einfach mal, keiner von uns kann in irgendeiner Form pauschal sagen, ich weiß bei jeder Applikation, welche Kommunikation die wirklich betreiben im Hintergrund. Klar, der Hersteller gibt uns immer Dokumentation an die Hand und sagt, meine Applikation spricht hier und hin, spricht dahin, hat diesen Port, hat jenen Port. Wir stellen aber einfach fest, im Hintergrund passiert ja noch deutlich mehr, auch die Betriebssysteme im Hintergrund, tun ja allerlei Dinge, die jetzt nicht direkt zur Applikation gehören. Aber hier kann uns Intelligence eben einfach helfen und sagen, ich analysiere dir den Traffic zwischen den verschiedenen Gruppen, zwischen den verschiedenen Applikationen, zwischen den verschiedenen VMs und generiere dir entsprechend hier eine Empfehlung für die Firewall und du kannst entscheiden, anwenden oder verwerfen oder entsprechend hier customisen, was für mich auch eine unglaublich wichtige oder unglaublich cooles Feature ist, weil mir das natürlich wirklich diesen Ansatz zu sagen, ich erlaube nur noch das, was effektiv notwendig ist, einen deutlichen Schritt näher bringt. Dann Network Detection Response. Hier letztendlich kann man sagen, haben wir den Fall, dass im NSX Network Detection Response eigentlich sich aus verschiedenen Ereignisquellen bedient. Diese zentral aufnimmt und über den Cloud Connector an die NSX Analyzer Cloud schickt. Das heißt, hier nutze ich letztendlich einen Cloud Service bei VMware, das heißt, ich brauche hier auch wirklich eine entsprechende Verbindung meiner Application Plattform über das Internet zur Analyzer Cloud von VMware und diese Analyzer Cloud gibt mir dann eben die Möglichkeit auf Basis der Informationen und Events, die ich jetzt hier eingekippt habe, zu entscheiden, was ist das? Ist das Malware? Ist das Visual Traffic? Also mir einfach hier zentral eine Plattform zu geben, die mir dabei hilft, zu analysieren, was ist das, was ich hier sehe. Bedeutet auch, diese Plattform von VMware im Hintergrund, die ist komplett gemanagt, heißt, da muss ich mich nicht darum kümmern, ich bin eigentlich nur dafür verantwortlich, in Anführungsstrichen, dafür zu sorgen, dass diese Information oder ein Teil davon, je nachdem, was ich brauche, eben hier in die Cloud zu schicken, damit es analysiert wird. Natürlich kriege ich dann auf Basis der Cloud eine Rückmeldung, was davon ist das Fisches gewesen, gibt es hier irgendwelche Events, die auffällig sind, gibt es irgendeinen Traffic, der auffällig ist und kriegt ja automatisch dann eben auch die Information, die wir dann anzeigen, hey, pass auf, ich sehe hier an der Stelle zwischen der und der VM gibt es sehr, sehr seltsamen Traffic, das könnte eine Campaign sein, ich zeige dir auch genau, wo die ist und was du tun kannst, sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus, dass ich hier sehe, okay, jawohl, ich habe identifiziert, es gibt eine Campaign und zwar auf einen Host, der ist hier und zwar ist es ein Tesla Crypt Angriff, momentan sind wir in der Attackenphase Command & Control, das heißt, wir sind noch relativ am Anfang, aber ich erkenne hier genau Command & Control, Kommunikation, das heißt, diese VM versucht gerade eben aus dem Internet mit irgendwelchen kompromittierten Hosts den Chartcode nachzuladen und jetzt habe ich die Möglichkeit hier einzugreifen und zu sagen, okay, Shutdown DM oder Disconnect, also ich kriege wirklich Visibilität, was passiert gerade konkret, was für eine Attacke ist es und in welchem Stadium sind wir sogar und das ist unglaublich genial, weil ich glaube auch diesen Einblick zu sagen, okay, ich kann erkennen, wo ist der Angreifer und was tut er gerade, in welchem Stadium ist er, das ist glaube ich auch nur durch diese Intelligenz möglich, dass ich direkt im Traffic Flow drin sitze, also NSX ist überall, so blöd es klingt und genau an der Stelle habe ich eben den großen Mehrwert, das frühzeitig erkennen zu können und auch automatisiert, wenn ich das möchte, eingehalten zu können. Last but not least, Maler Prevention, kennen wir glaube ich auch schon, weil wer früher vielleicht NSX-Visual Endpoint gekannt hat oder eingesetzt hat, dem wird das Grundkonzept bekannt vorkommen, ich habe meinen E6C-Host, da laufen meine VMs drauf, ich habe den Security Analyzer, installiere in meinen VMs entsprechend einen Thin Agent und alles, was letztendlich dann passiert, file-based, wird in auch die Cloud geschickt, es wird analysiert und ich kriege dann einfach wieder eine Info, ist es in irgendeiner Form Schadcode, ja oder nein, was soll damit passieren. Letztendlich passiert auch wieder ganz stark auf den Cloud-Services, auch vor allem bei Contexa beziehungsweise der VMWare Carbon Black Cloud ist also dazu da, um eben wie der Name sagt Malware-Prevention zu betreiben, auch hier nochmal, das ist jetzt die Ausprägung von VMWare, die wieder Cloud-basiert ist, es gibt natürlich auch ganz klar wieder von anderen Herstellern weiterhin die Möglichkeit auch hier wieder an NSX direkt anzubinden, das heißt, ich mache das On-Prem komplett, um dann hier wirklich diese ganze Malware-Prevention auch On-Prem zu treiben, also ich bin nicht immer direkt verpflichtet zu sagen, okay, ich muss jetzt die Malware-Prevention von NSX verwenden, ich sage nur, wenn ich ein komplett rundum-sorglos-Paket haben möchte, bestehen das IDS, IPS, aus Analyse, Netzwerkanalyse plus Malware-Prevention habe ich eben auch durch die Malware-Prevention über Basis eben von Contexa eine sehr gute Lösung an der Hand, die ich dann entsprechend innerhalb von NSX implementieren kann, beziehungsweise auf Basis der NSX-Application-Plattform. Hier sieht man es auch nochmal genau, das heißt, wie läuft die Kommunikation zwischen dem Agent innerhalb meiner VM, hier hinsichtlich wie ein SYN-Agent, der wiederum alle Lesereit-Schreibzugriffe werden abgegriffen von einer Security-Virtual-Maschine, die auf jeder VM-Exus ausgerollt wird. Da wird erst nur lokal in irgendeiner Form regelmäßig ausgeführt, nur wenn nicht klar ist, ist es denn wirklich jetzt eine Bedrohung, ja oder nein, oder was ist das Ganze, dann würde halt entsprechende Security-Hub das Ganze an die Cloud-Von-Veränder weitergeben, um dann eben genauer zu erfahren, was habe ich denn hier vor, die ist es mal, wäre ja oder nein. Ich denke, aber das Konzept kommt vielen bekannt vor, denn das war ja auch das, was schon immer mit Visual Endpoint eigentlich an vielen Stellen damals gang und gäbe war, weg von jeder, jede VM hat einen eigenen Agent, sondern ich habe zentral pro Host eine eigene SVM, eine Security-Virtual-Maschine und hier werden zentrale Security-Services im Sinne von bzw. in Bezug auf Malware implementiert. So, jetzt haben wir es auch schon, ich bin jetzt schon ein bisschen über der Zeit, aber ich hoffe trotzdem, es war noch halbwegs okay bzw. interessant. Gehen wir noch ganz kurz drüber, was für weitere Informationen kann ich Ihnen an die Hand geben, wenn Sie sagen, hey, ich würde mich gerne näher mit NSX beschäftigen, ich möchte potenziell vielleicht auch mal ein bisschen Hands-on-Erfahrung kriegen. Zu einem klar die offizielle Dokumentation, die Network Security Tech Zone, gleichzeitig die vor allem Hands-on-Labs, was fertige Lab-Umgebungen von VMware darstellt, die komplett kostenlos verfügbar sind, auch hier gibt es NSX-Labore, die ich mir einfach direkt buchen kann, umsonst, und kann da wirklich dann in dem Labor mir verschiedene Konfigurationen anschauen, Dinge ausprobieren, ultra interessante Plattformen, nochmal, gibt es nicht nur für NSX-Labs, sondern für alle VMware-Produkte, die im Portfolio verfügbar sind, kann ich jedem nur empfehlen und ansonsten, wer sagt, ich möchte es gerne bei mir in der Umgebung einfach mal aufbauen, ich möchte es aber vielleicht nicht jetzt händisch tun und jetzt irgendwie selber tätig werden, ich möchte einen relativ einfachen Ansatz, dem kann ich auch von William Lamb, vielleicht ein sehr bekannter VMware-Kollege, mit das GitHub-Repository in die Hand geben, der hat unter anderem für Tansu mit NSX-T ein Automated Lab-Deployment-Skript geschrieben, ein PowerShell-Skript, was mir automatisiert auf einer Umgebung Nested ESX-E-Hosts bereitstellt mit NSX-T und ich kann innerhalb der Nested-Umgebung dann eben mit NSX und Tansu spielen. Ich kann auch den Tansu-Anteil ausschalten und sagen, deploy mir bitte nur die Nested ESX-Hosts mit NSX-T, also ich kann mir den Tansu-Anteil auch sparen. Ansonsten, Zertifizierung, ich möchte es nicht noch länger strecken, als ich es eh schon getan habe, versehentlich, grundsätzlich, vor allem, wer bietet für die verschiedenen Produkte, für die verschiedenen Produktfamilien eigene Zertifizierungspfade an, das heißt, je nachdem, in welche Richtung ich mich zertifizieren möchte, gibt es eben Data Center Virtualization für vSphere, Network Virtualization für NSX-basierte Zertifizierung, End-User Computing für Horizon, Application Modernization für Tansu. Ich kann also in allen diesen Bereichen eigentlich eigens zertifizieren lassen und habe in jedem dieser Stufen oder dieser Familien die verschiedenen Stufen, angefangen beim Certified Technical Associate bis hin zum VCDX, der dann aber mit Panel und eigener Projektdokumentationen und Verteidigung des Designs über sich über Jahre zieht, im schlimmsten Fall, heißt grundsätzlich, das ist die Bandbreite, in der wir uns befinden. Was interessant ist, und das ist eben das, was vorher schon angesprochen wurde, bezüglich dem VCP, es gibt bis Ende September, glaube ich, war es eben bei der Fastlane-Interaktion bei jedem Training, gibt es einen kostenlosen Bautang für eine VCP-Prüfung, das heißt, wenn jemand von Ihnen mit dem Gedanken spielt, sich zertifizieren zu lassen, kann ich mir automatisch über ein Training eben auch direkt so einen Voucher mitgeben lassen oder kriege ich so einen Voucher und kann dann kostenlos auch so eine Zertifizierungsprüfung umführen. Ansonsten, auch das wurde schon gezeigt, das Portfolio bei Vmware beziehungsweise bei Fastlane bezüglich den Vmware-Trainings direkt zu finden unter flange.de slash vmware. Wenn wir uns den Fokus auf NSX legen, sind wir gerade hier dabei, dass wir eigentlich zwei Kurse gerade anbieten, das ist einmal der ICM 3.2, aber eher respektiv interessant, jetzt denke ich mal der NSX Data Center ICM in der Version 4.0, weiterführende Schulungen also zum Thema Design, Troubleshooting etc. Gerne auf Anfrage und wie gesagt, bis Ende September gibt es einen kostenlosen Voucher für Examen, aber eben speziell für den Vmware-Certified Professional. Letztes Fazit und dann bin ich auch soweit durch. Das heißt, wie würde ich NSX einordnen? Ich würde sagen, NSX ist definitiv ein super interessantes und cooles Produkt. Also ich glaube, man merkt auch, dass ich da wirklich komplett dafür brenne. Grundsätzlich kann ich aus Betriebs- oder aus Business-Sicht definitiv als sinnvolle Ergänzung zur Eigenvisierungsstrategie betrachten. Ich kann skalieren oder erweitern, je nachdem, was ich brauche, je nach Bedarf. Getreu dem Grundsatz, start small, grow big. Wenn Sie sagen, hey, mich interessiert das Thema näher, ich würde mich auch näher mit NSX beschäftigen wollen, ganz klar immer mit dem POC anfangen und einfach mal, wie heißt es, die Hände schmutzig zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Wichtig ist nur auch hier, auch das habe ich schon erlebt, dass da dann Fronten sich plötzlich gebildet haben. Wenn es getrennte Teams gibt zwischen Netzwerk, der Netzwerkverwaltung und der Virtualisierung, hier bitte einen Schulterschluss suchen. ein NSX-Projekt kann nur erfolgreich sein, wenn beide Seiten A, die auch das Ziel haben, das implementieren zu wollen und da Hand in Hand arbeiten. Das ist der Video-Schlüssel zum Erfolg. Wenn man versucht, jetzt irgendwie aus Virtualisierungssicht zu sagen, hey, wir versuchen jetzt die Netzwerke irgendwie auszuboten, indem wir uns selber unser eigenes Ding machen, kann ich nur aus Erfahrung sagen, das gibt einfach nur Reibungspunkte, die eigentlich nicht das darstellen sollen und nicht das tun wollen, was wir eigentlich erreichen wollen. Sondern wir möchten ja eigentlich hier einen Mehrwert schaffen für uns im Betrieb und natürlich am Schluss für unser Business. Ansonsten, last but not least, auch hier ist NSX genial, definitiv, aber Netzwerk-Italisierung und auch NSX ist nicht der heilige Graal. Also ich kann nicht dadurch schulden, die ich in der Vergangenheit irgendwo aufgebaut habe, dadurch wettmachen, dass ich sage, ich setze jetzt Netzwerk-Italisierung drauf. Sondern ich habe damit eine Möglichkeit, wirklich nochmal an vielen Stellen mein Netzwerk-Design zu überdenken und nochmal vielleicht skalierbarer und zukunftssicherer oder zumindest flexibler aufzustellen. Aber ich sollte diese Technik immer sehen als Werkzeug, um einfach meine Infrastruktur auf die Anforderungen des Betriebs anzupassen. Denn darum geht es am Schluss. Wir machen ja nicht Netzwerk-Virtualisierung oder auch Computer-Virtualisierung nicht der Virtualisierungswillen, sondern weil wir dadurch wirklich eigentlich Mehrwert schaffen wollen. Entweder operativ, technisch oder natürlich auch aus einem Effizienzansatz heraus. Von daher hier nicht davon ausgehen, dass NSX alle Probleme löst. Denn wie wir auch aus Wiesware definitiv wissen, Virtualisierung, egal in welchem Infrastruktur-Layer, kommt nie ohne den zusätzlichen O-Bitern Komplexität. Alles andere wäre an der Stelle ein bisschen zu viel des Guten beziehungsweise wäre würde der Wichterbreite entsprechen. Okay, damit bin ich offiziell am Ende. Ich habe acht Minuten überzogen. Tut mir leid. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant war, dass vielleicht viele Dinge einfach für Sie dabei waren, wenn Sie sagen, hey cool, möchte ich mir nachwählen, mal nochmal anschauen, möchte ich mir vielleicht nochmal näher darüber nachdenken oder nochmal tiefer in irgendeine Form einsteigen. Wir hätten jetzt nochmal Zeit für Fragen und Antworten. Wenn es was gäbe, sehr gerne. Ansonsten natürlich auch im Nachgang noch über meine E-Mail-Adresse auf die wir hier einfach kurz rein. Vielen Dank, freue mich, wenn es interessant war. Genau, ich habe es. hoffe, dass man einfach hier viel mitnehmen konnte, einfach Impulse mitnehmen konnte für die Zukunft. Und wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kann ich wirklich nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Durchhalten, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mir wirklich unglaublich Spaß gemacht. und ja, ich würde sagen, vielleicht auch bald, Ihnen einen schönen Tag und ja, haben Sie sich wohl, hätte ich gesagt. Bis dann. Tschüss.